Ich war ja am Wochenende. War es auch so ereignisreich wie meins? Damit meine ich, dass es nicht ereignisreich war. Hallo Laus. Hallo Megumina. Hallo Marco. Hallo MDJL. Hallo Andra Marco. Hallo Lars. Wofür musst du Weiß2 spielen? Für so einiges. Hallo Katetsu. Daich Soda ist poppin'. Hallo Sarah. Hallo Daisuke. Sofa kaum verlassen. Dafür hast du ein fettes Shiny gefunden. Schon wieder. Hallo Girl. Hallo. Hallo Anne. Hallo Mashixxl. Hallo Kazumi. Hallo Itako. Hallo Carmine. Wie ist eigentlich die Musik hier? Was passiert in diesem Spiel? Ich kenne es doch nicht. Was muss man hier tun? Hallo Jonathan. Ritter. Kyurem. vorbei. Für ein einfaches Schnurrgast muss ich Perl echt weit spielen. Dann aber Gen 4 Decks fertig. Ich meine du musst ja nicht Schnurrgast fangen. Du kannst ja auch das davor fangen. Hast du Tipps wie man die Genies fangen kann? Guck dir an, wie ich es gemacht habe. Es gibt es, äh, es ist halt ein Roamer. Geh auf unsere wunderschöne, unser wunderschönes Archiv, Leos Archiv und dann guckst du dir einfach den Stream an, wo ich das gemacht habe. Das war sogar im letzten Stream. Im letzten Stream habe ich es gefangen. Ist sehr, sehr einfach. Die letzten Roamer, die man jemals fangen muss, bis jetzt. Und das sind natürlich die einfachsten von allen. Welche Pokémon fehlen dir noch? Einige. Welche Edition befolgst du für Gen 5? Alle dasselbe. Was meinst du, welche Edition bevorzuge ich? Ich spiele zum ersten Mal Schwarz-Weiß 2. Ich weiß nicht, welche besser sind. Für Charmian brauchst du Surfer. Ja, du brauchst für alle exklusiven Mons in Gen 4 Surfer, weil die in diesem kleinen Grasstück sind. Wofür brauche ich Schwarz-Weiß 2? Weil ich es mir wie immer nicht leichter mache. So wie ihr Noobs. So, ich mache mir alles immer schwerer. Und ich fange nicht nur jedes Pokémon in Gen 5. Ich fange jedes Pokémon mit der versteckten Fähigkeit. Und die gibt es in Teil 2. Außerdem fange ich nicht nur die Genies, sondern auch die Tiergeistformen von den Genies. Und die sind auch in Schwarz-Weiß 2. Außerdem hole ich mir die Pokémon von N. Die sind auch nur in Teil 2. Außerdem hole ich mir die Shinies, die mir ein Geschenk kriegt. Die sind auch nur in Teil 2. Und außerdem hole ich mir kein Carpador auf Level 100, sondern ein Garados auf Level 1. Was auch nur in Teil 2 ist. Es gibt einige Gründe, warum man Teil 2 spielen sollte. Aber ja. Wenn ich einfach nur die Pokémon fangen will, die es in Gen 5 gibt, bin ich schon lange fertig. Aber das wäre ja langweilig. Das wäre ja so langweilig. Denn dann wäre in dem Video, was ich darüber machen würde, einfach nur... Hallo Leute. Wir sind in Gen 5 angekommen. In dieser Gen gibt es über 170 Pokémon. Und dann habe ich alle Pokémon gefangen. Auf Wiedersehen. 53 Pokémon fehlen noch nach deinem Origin Decks. Gut. Ich vertraue dir, dass du richtig nachgezählt hast, weil ich habe keine Ahnung. Denn es sind noch zu viele, um nachzuzählen. Edition Schwarz-Weiß oder halt die jeweiligen Fortsetzungen, also Schwarz-Weiß 2. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich spiele zum ersten Mal Schwarz-Weiß 2. Wie soll ich dir sagen, was besser ist? Hallo Ghost. Hallo Cellet. Hallo Sensei. Soft-Reset-E-Grade-Shiny-Mura-Mura. Aber fragen mich, ob Soft-Reset in den 3DS nicht nach und nach kaputt macht? Ist eine komische Frage. Das weiß ich nicht. Das musst du Techniker fragen, die tatsächlich Ahnung haben von technischen Objekten. Ich würde mal sagen, wenn man ein Licht nimmt und dieses Licht die ganze Zeit an- und ausmacht, dann ist das schlecht für das Licht. Aber ich weiß nicht, ob ein Gameboy auch so funktioniert. Ich würde mal sagen, alles, was du benutzen kannst, geht kaputt, wenn du es benutzt. Ein sogenannter Gebrauchsgegenstand. Also würdest, willst du auch das Shiny-Max-Ax fangen? Ja. Ich habe quer ausgestellt. Nein, ihr seid alle nur unfähig. Perle und Diamant ist so langsam unfassbar. Platin ist noch langsamer. Glaube ich. Oder zumindest haben sie diesen Platin nicht gerichtet. Hallo Daniela. Das war Cellet, ja. Hallo Robin. Was habt ihr am Wochenende gemacht? Marco hat nichts gemacht, außer Shinies gefangen. Ich hoffe, ihr habt dasselbe gemacht. Wo machst du eigentlich irgendwann Q-Rim? Q-Rim haben wir schon vor über einer Woche gefangen oder so. Achso, Shiny. Weiß ich nicht. Ist egal, oder? Wo man das macht. Ich habe keinen Safe gemacht. Wobei, ich habe Weiß ja durchgespielt. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich in Weiß machen. Weil in Weiß habe ich durchgespielt, aber sonst nichts gemacht. Aber vielleicht ist ein Schwarz-Weiß-2 cooler. Pokémon Platin ist langsam. Ganz Gen 4 ist langsam. Hallo Bessie. Hallo Bessie. Knofensers geahntet, immer noch Raikou dran. Ich habe eine 15-Euro-Pokémon-Karte gezogen. Keine Ahnung, war eine naive Frage. Nee. Ich habe mir nur noch nicht selber überlegt. Ich weiß nicht. Denn wir sind gerade mal in Gen 3 mit Deoxys. Ich habe ja noch nicht mal wirklich mit Giratine angefangen. In Gen 5 denke ich noch gar nicht. Wenn wir übrigens mit dem Speed weitermachen, wie wir im Moment machen, dann schaffe ich dieses Jahr nicht mit den Origin-Decks. Aber ich habe mir gedacht, Gen 6 und Gen 7 haben ja wirklich nichts Besonderes. Und da habe ich die Spiele auch alle. Also muss ich die einfach echt nur durchspielen. Und da ist nichts von wegen, keine Ahnung, Traumradar oder auf die Spiele warten oder irgendwas. Hallo Retro. Du hast jetzt ein Manafie-Ei aus Ranger 3. Jetzt wird weitergesuchtet. Reicht dir eins? Mehr. Hol dir mehr. Wir wollen mehr. Spiel gerade BDSP, um Shiny Dialga und Giratina zu fangen. Viel Glück. Hast du den Memento-Link im Hauptmenü bereits gemacht? Wat? Muss ich dafür wieder rausgehen? Aus welchen Ranger-Spielen kriegt man das Ei? Aus allen. Habe neun Spielstände für den Manafie-Check. Neun? Warum neun? Du meinst, du hast neun Ranger, die du jetzt checkst? Oder du hast neun Eier? Neun. 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 Was ist da? Tausche per Datentransfer Schlüssel zwischen Pokémon 2 und 2. Okay. Lies per Datentransfer deinen Spielstand schon schwarz und weiß. Ah, und hier ist... Oh, hier ist Traumradar. Kann ich das jetzt schon machen? Okay, geil, geil, geil. Okay, also Memento-Link. Was? Lies Daten mit Hilfe von zwei separaten Systemen. Lies über die Nintendo Wi-Fi Connection per Spielsynchro eingestellte Daten ein. Was hat überhaupt irgendwas mit Wi-Fi? Hä? Nix hat das doch damit zu tun. Das ist doch einfach nur ein Speicherstand. Warum wollen die jetzt ne Wi-Fi Connection machen? Okay. Was? Quasi, die simulieren ein Geheimgeschenk mit dem Speicherstand vielleicht deswegen. Oder muss ich wirklich auf einem anderen DS? Muss ich auf einem anderen DS schwarz-weiß draufhaben? Also kann ich machen, aber wie... Hä? Ist doch voll dumm. Per DS-Übertragung. Ja, aber das heißt... Das heißt, ich hab... Was? Das heißt, ich hab einen Speicherstand auf diesem DS? Ah, weil es ein DS-Spiel ist. DS-Spiele haben keinen Speicherstand auf dem System, sondern die sind auf dem Spiel gespeichert. Deswegen, es gibt keinen Speicherstand, den er anzapfen kann. Deswegen muss es so wie damals einfach wirklich per Funk sein. Ah. Das macht Sinn. Ab dann, ab XY ist das... Kann es nicht mehr so sein, weil dann hat man tatsächlich einen Spielstand, der auf dem System ist. Spielst du noch Pal-World? Nein. Kann man eigentlich alle Gendrimons auch in Oras fangen? Ja. Hallo, Ali. Bei euch hat's geschneit. Bei uns war mediterranes Wetter ohne Ende. Mariko, du bist dein Trauenmagiel. Demon King, du bist dein, äh, 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 ähm, 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 Ursa, Luna. J-Gamer. Du bist ein Sanaconda. Hallo, da J. Gott, ist das Dora? Okay, es macht Sinn, technisch gesehen jetzt. Aber ist das gemein? Das heißt, auch damals musste man einfach einen anderen DS haben. Das ist voll gemein. Warum nicht Infrarot? Warum kann ich nicht... Achso, weil es kein, kein Strom hat, das Spiel dann. Warum kann ich nicht das Spiel einfach hinhalten in den, in den roten Laser? Okay, soll ich das jetzt machen? Hab ich... Was, was kriege ich denn davon? Was kriege ich denn davon? Wie ist das Wetter in Irland? Wie immer. Aprilwetter. Nur, dass Aprilwetter auch nicht im April ist. Hier, immer. Memento Link. Was kriege ich dafür? Ich kriege Rückblicke. Zweier sind da, dass man man manchen kann. Zwei verschiedene Arten. Das ist einfach nur, dass Sachen passieren. Teilnehmer. Zwei Team Plasma und N. Das sind einfach nur Erinnerungen. Zusatzszenen. Und mal schauen, ob ich alles gemacht habe. Nach dem Sieg besitzt der Deko-Box. Habe ich. Jet Orden. Das sind einfach nur, wenn man das Spiel durchgespielt hat, schaltet man das frei. Okay. Okay, dann lege ich jetzt... Weiß oder Schwarz, ist eigentlich egal. Dann lege ich jetzt einfach mal... Schwarz rein. Übrigens, wer hat das mal auf dem Discord gepostet und dann gesagt, hier, es ist wieder da. Ich habe mir das gekauft. Wer hat seinen Affiliate-Link gepostet, ohne zu sagen, dass es Affiliate-Link war, du Schwein. Aber ich habe es gekauft. Es ist... Entweder es war, was willst du machen, oder der rote Jay. Ich weiß es nicht mehr. Oder jemand ganz anderes. Aber es ist sehr praktisch. Hier. Was ist es? Hier. DS. Ein DS-Ding. Verox war es nicht. Nee. Das war, was willst du machen dann? War es nicht du? Okay. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier den DS anmachen. Und dann übertragen wir mal. Das müssen wir uns aber damit machen. Was muss ich hier einstellen? Wahrscheinlich Download, oder? Sagt ihr mir, was ich tun soll? Ja, ja. Muss ich machen. Got it. Das geht so schnell. Die Technik funktioniert halt so gut. Hallo Azrael. Hallo Azrael. Wegen Azrael können wir heute Schwarz-Weiß 2 spielen, denn er ist die glückliche, nicht die glückliche. Ich bin die glückliche Person. Er ist der nette Mensch, der mir Schwarz-Weiß 2 geschickt hat. Ernst, Pokémon kann ich da anfangen? Kann ich das nicht auch so machen? Muss ich dafür das Memento haben? Memento-Link abgeschlossen. Memento-Link abgeschlossen. Memento-Link abgeschlossen. Offenbar haben sich einige Dinge an der Spielwelt verändert. In der Memento-Liste findest du eine Übersicht für all diese Veränderungen. Memento-Liste. Hör dir an, was Mike, Colin und Benny im Studio sagen haben. Okay. Zumindest haben wir's. Das ist, wenn ich ein anderes... Was krieg ich dafür? Was ist das Schlüsselsystem? Da krieg ich vielleicht irgendwas, was ich freigeschalten habe im anderen Spiel und krieg's dann hier auch. Und das hier ist einfach Raumradar. Wunderschön. Okay. Dann können wir jetzt aber wirklich anfangen. Danke, Azrael. Wegen dir spielen wir keinen Fall Guys. Ja, wirklich. Danke. Hallo, Anubis. Hallo, Philip. Hallo, Ferret. Hallo, Candy. Hallo, Isa. Neues Spiel. Ich glaube, diesmal nehme ich Floink. Weil Serpe Royal hat... Ich liebe Serpe Royal. Aber es hat echt zwar nicht so ein guter Kämpfer. Ich glaube, Floink ist das starke, wie immer. Feuer halt. So, machen wir hier noch ganz schnell. Isa. Stolos. Stolos. Frostetje. Der rote J ist ein Wumpel. Happens. Staralilli. Hallo, wie geht's? Passt schon. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Esche. Sagt ihr exakt das Gleiche? Ist es wieder ein Picochiller? Nein, es ist die Weiterentwicklung. Machst du das Garados heute schon? Das Garados ist erst da, wenn man den nationalen Decks hat. Ne, wenn man jedes Pokémon in Gen 5 gesehen hat im Pokédecks. Also nein. Ich hätte dir die Spiel nicht geschickt, sondern persönlich vorbeigebracht. Ja, aber zum Glück hat Azrael mir das Spiel geschickt. Ahem. Hallo Verox. Hallo Maxla. Hallo Umut. Sollen wir Floink nehmen? Ich übertrage nicht Pokémon. Ich will das Spiel ganz normal spielen, wie man es damals gespielt hätte. Das Intro habe ich jetzt schon ein paar Mal gespielt für... Ähm. Für Geheimgeschehen. Also ich weiß noch, was es am Anfang ist. Wie heißt er? Er hat so einen komischen Namen. Aber der steht schon drin. Das ist das erste Mal in einem Pokémon-Spiel. Das stimmt nicht. Dass man den Namen vom Rivalen sagen kann, auswählen kann. Aber einer schon vorgegeben ist in den Textfilmen. Ne, ansonsten sind Gen 5 die Rivalen sind vorgeschrieben. Aber wir behalten Matisse einfach, oder? Aber ich finde den Namen. Wie spreche ich den aus? Matisse? Matisse? Sagen wir Matisse? Oder Matisse? Glaubst du beim Let's Play von Black & White 2 an ein Shiny? Nein, ich glaube nicht an Shinies. Matisse? 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 Yes, 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 yes. Das erste... Also... Matisse. Hallamarine. Asriel. 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 Soll ich ihn Asriel nennen? Zu spät. Das wäre ja nicht schlecht gewesen. Hallo Domi. Matisse? Ja. 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 Hier steht, dass du komplett das allererste Mal subscribed hast. Aber hier steht auch, dass du schon sechs Mal subscribed hast. Ich schätze einfach mal, dass das sechs stimmt. Vielen, vielen Dank für sechs Monate Yamashida. Dankeschön. Hallo Hikaru. Man weiß, zwei durchgespielt. Durchspielt schaltet man den einfachen Schwierigkeitsschlüssel frei. Ah. Das heißt, ich kann das eine durchspielen und dann... Das könnten wir machen. Ich habe nur ein bisschen Angst davor. Ich könnte jetzt hier normal durchspielen und dann schwarz zwei. Könnten wir auch schwer durchspielen. Das ist cool, dass sie daran gedacht haben. Das könnte ich tun. Aber ist... Hat jemand schwarz zwei oder weiß zwei mal auf schwer gespielt? Ist das... Ist das wirklich schwer? Also werde ich... Werde ich... Werde ich es hassen? Und Demon King, bist du noch da? Sorry, ich habe es nicht gesehen. Dankeschön für 14 Monate. Viel, viel Erfolg, Verox. Viel Glück, viel Glück. Wir nehmen dich. Wir nehmen dich. Ich gebe meinem Rivalen immer eine Beleidigung als Namen. Ja, gut ist sowas wie... Was hatten wir immer? Ich habe vergessen. Was habe ich immer genommen? So, wir gehen jetzt zu Belle und holen uns dort ein Pokémon ab. Sechs... Ach, deswegen wird es so angezeigt. Du hast zum ersten Mal gesuppt, aber sechs Monate im Voraus. Erstens, vielen, vielen Dank. Zweitens, du bist sehr verrückt. Boah, willst du wissen, dass ich in sechs Monaten noch mache, was dir gefällt? Vielleicht sage ich in sechs Monaten... Fuck it. Lass Fall Guys spielen. Niemals, niemals. Als das kann ich dir garantieren, dass das nicht passieren wird. Matisse, Matisse, Matisse. Dumpfbacke? Du hast deinen Rivalen Dumpfbacke genannt? Du bist so krass. Pass auf, dass nicht die Polizei kommt wegen... Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ruhe, hier ist halt viel zu viel los. Marco, Voltoball. Andi... Shadrago. Und... Slatemon... Blanas. Kann man 100% Sigat nicht in Home packen? Nope. 100% Sigat existiert nur im Kampf. Und Pokémon Home ist nicht im Kampf, das ist Pokémon Home. Muss ich ins Pokémon Center? Ne, ich glaube ich muss einfach die Stufen hoch. Du hast es nur auf einfach gespielt, ist aber schon zu lange her, um zu sagen, dass es wirklich einfacher wurde. Wie? Wenn du es nur auf einfach gespielt hast, weißt du ja nicht, ob es einfacher ist als schwer. Ich habe den bisher Schimpfwortfilter kam immer Arsch genannt. Und... Ne, du musst... Wir hatten was... Was war denn das denn? I pissed myself oder sowas. I farted. Weil dann ist immer, wenn er kommt, ist es... Ist es quasi so, hey, I farted. Oder... Keine Ahnung, auf Deutsch wäre das dann, hab gefurzt oder hab gekotzt oder irgendwie sowas. Und dann... Voll lustig. Machst du mal ein Video über die Pokémon Städte und ihre Besonderheiten? Nein. Warum? Wirken meine Pokémon Videos so, als würde ich darüber Videos machen? Oder würde mich das überhaupt kümmern? Sorry. Bin so ehrlich. Äh, warum? Was? Nein. Ich mach Videos über Sachen, die ich interessant finde. Und ich finde... Das... Also, was meinst du? Was ist daran? Was soll ich darüber... Was soll ich da erzählen? So, ich... Ich hatte den immer ausgestellt, diesen Hypetrain-Ding. Aber jetzt hab ich ihn wieder angemacht und ich bereue wieder, dass er annet. Das Ding muss weg. Es tut mir leid, ich werde es wieder ausstellen. Das ist einfach zu viel. Ich will... Ich will clean. Wir nehmen Floink. Nehmen wir Floink. Ottero ist kacke. Ottero ist cool, aber Atmora ist kacke. Floink ist stark. Und Flambirex ist gewaltig. Ne, einmal normal und dann nochmal auf einfach. Das verstehe ich aber nicht, Angel, weil... Weil was? Normal ist quasi schwer. Wie hast du es auf normal gespielt? Weil dafür muss man es auf einfach erstmal durchspielen. Das gibt nur normal und schwer. Vielleicht ist es wie in Final Fantasy, dass normal schwer ist und einfach ist einfach. Hallo Cynthia. Hallo Fast Guy. So, jetzt kommt Matthies. Wir haben Sub überlesen. Yuina. Leo, ich habe gestern nach 87 Eiern Shiny Manafee bekommen. Wieso kriegen so viele Leute auf einmal Shiny Manafee? Wie kann ich euch das glauben? Ich verfolge mit ganzen Herzen deinen Content und mach weiter so. Ist... So... Es ist... Ja. Dankeschön, Yuina. Dankeschön. Zeig uns ein wunderschönes Bild von deinem Shiny Manafee. Es ist nicht... Es ist... Es kann doch nicht sein, dass ihr alle dauernd Shiny Manafee bekommt. Das ist das schwerste Shiny ever. Letztens war jemand mit 32 Eiern. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommst du mit 82 Eiern. Wie macht ihr das? Wo kommt ihr her? Was benutzt ihr? Wie hast du das gemacht? Yuina! Bestraf uns nicht mit deinem Schweigen. Azrael, vielen, vielen Dank für 5 Subs. War es 22? 22? Ich dachte 32. Vielleicht 22. Bitteschön, ich danke dir. Wie soll ich es dir zeigen, dass ich es habe? Auf unserem wunderschönen Discord. Hat mich interessiert, wie du es geholt hast. Was war deine Taktik? Was war deine Strat? Du kannst ja auf viele Arten inzwischen anscheinend Manafee holen. Wie hast du es gemacht? Herzlichen Glückwunsch und Dankeschön für deinen Sub. Beide Spiele sind ursprünglich normal schwer, aber wenn man die beiden durch hat, kann man bei schwarz 2 auf schwierig und bei weiß 2 auf leicht stellen. Okay, das heißt, ich habe es aber richtig gespielt. Ich habe richtig angefangen, weil ich spiele gerade weiß 2. Und das heißt, wenn ich dann das Schlüsselitem übertrage auf schwarz 2, kann ich es auf schwer spielen. Was ist das denn für ein Quatsch? Wenn ich weiß kaufe, kann ich es auf einfach spielen und wenn ich es auf schwarz kaufe, kann ich es auf schwer spielen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist voll gemein. Das ist doch voll dumm. Das weiß man doch vorher auch gar nicht, oder? Hä? Das stört mich. Schwarz 2 ist für die harten Jungs. Ja, aber steht es auf der Packung drauf? Das ist doch voll die Verarsche. Woher sollst du das denn wissen, dass du das bekommst? Vor allem damals. Ja, aber selbst wenn es in der Anleitung steht, es muss ja auf der Verpackung draufstehen. Wenn du das Spiel durchgespielt hast, kannst du es schwerer spielen. Beim anderen, wenn du das durchgespielt hast, kannst du es einfacher spielen. Warum sollte ich ein Spiel einfacher spielen wollen, wenn ich es bereits durch habe? Das macht alles keinen Sinn. Ich bin sauer. Weiß 2 schaltet nur den einfachen Schwierigkeitsschlüssel frei. Das ist ja noch dümmer. Wofür gibt es dann den Schlüsseltransfer? Ich habe das vorhin gelobt, das System. Jetzt ist es richtig dumm. Asrael, hier ist dein Zettel. Asrael, hier ist dein Zettel. Wie Red auf einmal seine Stimme ändert, wenn er wieder in seiner Stadt ist. Irgendwie lustig. Also so, irgendwie passt es auch. Cosmo Canyon? Cosmo Canyon? Heißt nicht Cosmo Canyon? Das heißt doch Cosmo Canyon. Was habe ich gesagt? Hä? Cosmo Canyon. Ich muss meinen Text loswerden. Oh Gott. Ich bin erst... Also ich habe schon die Cutscene da drin und sie gesehen. War es schon im Cosmo Canyon in? Nein. Nein. War ich nicht. Du bist ein Pikachu, Noir Night Raven. Hallo Igor. Die wollen, dass du beide Spiele bekaufst? Ja. Das ist ja okay. Aber warum sollte man einen einfacheren Schwierigkeitsgrad wollen, wenn man das Spiel schon durchgespielt hat? Okay, musste auschecken und umschauen. Okay. Ich bin, als ich in der Stadt angekommen bin, bin ich kurz ein bisschen rumgelaufen und so. Und habe bei jedem Händler vorbeigeschaut, aber ich habe das Inn tatsächlich gar nicht gesehen bis jetzt. Hallo Niklas. Hallo Shiren. Müsst du Speedrunnen? Okay. Aber du weißt, ein Speedrun fängt dann an, wenn du ein neues Spiel startest. Für einen normalen Speedrun würde es nicht zählen, wenn du den einfachen Speed, wenn du den einfachen Modus benutzt. Das wäre auch sehr seltsam. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der das macht, weil es nicht erlaubt ist. Ich glaube, ich kann jetzt einfach hier landen. Ich habe jetzt über drei Pokémon Ranger Spiele auf Platin und dann auf Diamant, wie du es machst, getauscht und hatte immer nur drei Eier. Und dann kam es plötzlich, ich sende es gleich im DC, habe mir Tutorials angeschaut, wie das mit dem Tauschen geht und bemerkt, dass es funktioniert, wie du es im Stream machst. Wusste nur nicht, dass das interessant so unglaublich lange dauert. Und dann hast du es nach 80 Resets gekriegt. Ne, nach 80 Eiern. Unfassbar. Was für eine starke Reaction? Ich verstehe wieder nichts. Keine Ahnung, was im Inn ist. Keine Ahnung, ob ich da vorbeigucke. Ich muss mal gucken, wann ich weiterspiele. Ich spiele Final Fantasy Off-Stream. Ich spiele es nicht mehr Off-Stream. Darfst du im Discord bei deinem Projekt Deoxys nicht abhacken? Give me a minute. Oh mein Gott. Keine Ahnung, wann ich das abhack. Wann ich Lust habe. Ithako, also in Kapitel 3 in Fallen im Fernsehen passiert folgendes. Ich habe nichts Spoilermäßiges gesagt. Außer vielleicht, wenn du nicht das Original gespielt hast. Okay, beginnt jetzt das Spiel. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Wer ist Bell? Wer ist Bell und ist die interessant? Ist die wichtig? Was für ein Team fangen wir uns diesmal? Sind die Pokémon wenigstens anders, die man diesmal bekommen kann? So von der Reihenfolge her? Vielleicht sollte ich einfach mein Team übertragen und durchrennen. Niemals. Bell und Scheren waren doch die Begleiter. Schwarz-Weiß 1. Schön, dass du auf meinen Sarkasmus reinfällst. Bell ist die nervigste Figur im Spiel. Holst du dir Trugschlag? Wir haben gerade erst angefangen mit dem Spiel. Keine Ahnung, ich spiele zum ersten Mal. Gibt ein paar andere. Okay, ich hole mir nicht die Katze. Die mag ich nicht. Lorden hast du? Acht. Ich bin Lauro. Warum kommst du jetzt schon? Ich bin ein eigenwilliger Trainer, der alle davon überzeugen möchte, wie großartig es ist, zusammen mit den Pokémon der Zukunft entgegenzuschreiten. Ich hasse das Spiel jetzt schon. Warum sind die Dialoge immer noch so cringe? Er beschreibt sich selber, während er sich begrüßt. Hallo, ich bin Leo, der immer unfreundliche und kalte Streamer, der Kinder hasst und sich für immer verstößt, sobald er herausfindet, dass es Kinder sind. Schön, dich kennenzulernen. Nicht. Ich habe dieses Jahr erst den ersten Teil fertig gespielt. Ich habe aber gemeint, das Original. Hast du das Original gespielt? Also mich? Okay, willst du? Willst du? Ich habe das ernst gemeint. Willst du? Willst du gebannt werden? Oder? Ich bin Leo, der immer schlecht gelaunt und genervte Pokémon Trainer. Genau. In Schwarz-Weiß 2 kann man auch wieder alte Pokémon bekommen am Anfang. Ernsthaft? Nein. Warum? Xenoblade, hör auf dumm zu sein. Ist geil, wie du willst. Du willst mich nerven, ne? Warum? Ich will nur neue Pokémon. Bei allem Respekt, woher nimmst du die Geduld, das durchzuziehen? Was denn? Sag mal, warum hast du eigentlich zwei Karten dabei? Achso, eine davon gehört deinem Freund, was? Dein Freund hat einen Ottero bei sich nicht. Ich habe gesehen, wie er vorhin sein Pokémon auf Route 20 trainiert hat. 20? Ach, geht es hier weiter? Gehen die Routen hier weiter? In diesem Fall solltest du ihm als erstes die Karte überbringen. Folge einfach den Weg, dann gelangst du sofort auf Route 20. Moment mal, wo gehen wir überhaupt lang? Ich glaube, wir gehen tatsächlich gerade ganz anders. Gehen wir rückwärts? Habe ich eine Karte? Äh, wo bin ich denn? Okay. Ah nein, okay. Wir gehen nicht rückwärts und es gibt immer noch Route 1 und so. Aber wir sind einfach gerade woanders. Wir müssen wahrscheinlich mit dem Schiff fahren. Und das hier ist immer noch Route 5 und so. Jaja, okay. Du musst in der Anfangsstadt im Pokocenter noch mit einem NPC reden, um den Memento Link zu aktivieren. Hier. Oder ganz anfangen. Ist schon wieder so ein Mädchen mit blauen Augen. Blau geschlagenen Augen. Warum? Die Armen. Du musst die alten ja nicht fangen, außer Pokédex für Shiny Maxaxx. Das ist mein Punkt. Warum gibt es alte Pokémon hier? Ich dachte, ich muss einfach nur Gen 5 Pokémon im Pokédex sehen. Und jetzt sagt ihr, dass es auch alte Pokémon gibt? Ist denn so viel mehr dann? Ist egal, welche Stadt. Hä? Wir werden einen Nagelutz brauchen. Wobei, werden wir einen Nagelutz brauchen? Ne. Ich fange nur, was ich in meinem Team haben will. Werde ich VRMs brauchen? Oder ist das hier so angenehm wie im ersten Teil, dass man so gut wie keine VRMs benutzen muss? Hallo, Benni. Nanu, du bist doch... Ich brauche VRMs. Sehe ich jetzt Sachen, die in Schwarz-Weiß 1 passiert sind? Nein. Das ist zusätzlich. Ich kann es einfach nicht. Ich kann Pokémon nicht in Pokébälle einsperren. Außerdem werden sie im Kampf verletzt, wenn sie bei ihren Trainern bleiben. Es ist mir egal, ob wir behaupten, dass wir die Pokémon beschützen oder dass wir die Welt verändern werden. Es ist einfach zu grausam. Aber für uns ist es selbstverständlich, dass wir Pokémon fangen und für uns kämpfen lassen. Wir kennen es nicht anders. Nein. Wer hat denn entschieden, dass es selbstverständlich ist, dass wir sie fangen und für uns kämpfen lassen? Bevor Pokébälle erfunden wurden, gab es das nicht. Die Regeln, die in dieser Welt gelten, sind falsch. Du hast recht. Also gut, dann lasse ich auch sofort meine Pokémon frei. Nein. Noch nicht. Die Welt hat sich noch nicht geändert. Wir lassen die Pokémon frei, nachdem ich mich mit den legendären Drachen Pokémon Einhalts angefreundet habe, den Champ besiegt habe und ein Held geworden bin. Lass uns zu unserem nächsten Zielort aufbrechen. Wie er Befehle gibt. Ich bin Jesus Christ. Quasi. Ich werde Menschen und Pokémon voneinander trennen und die Welt in Schwarz und Weiß teilen. Heißes Spiel. Deswegen so. Dann können Pokémon endlich vollkommen Wesen werden. Ich frage mich nur, warum? Warum schienen die Pokémon vorhin, als ich sie freilies, so traurig über unseren Abschied zu sein? Nein. Liegt es an jenem Trainer? Bekomme ich wegen Leo Zweifel? Die Worte der Pokémon, die ich in Gawina gehört habe, sind sie wahr? Entsprechen sie? Warum redet er mit sich selbst? Ist Leo denn wirklich der ideale Trainer, wie ihn sich ein jedes Pokémon wünscht? Nee. Die Schreie der Pokémon, die in jedem Raum gelitten haben. Ich bin ein Außenseiter, der irgendwo zwischen Pokémon und Menschen steht. Ich werde sie retten. Ich werde die Welt verändern. Deswegen muss ich ein für alle Mal den Kampf zwischen Leo und mir entscheiden. Wow. Titel drop. Er sagt den Namen. Entschuldige bitte. Als ich dich sah, verspürte ich einfach den Drang, mich mit dir zu unterhalten. Wofür habe ich das jetzt angeschaut? Okay, weiter. Hallo Phil. Was steht heute an? Schwere Frage. Kann ich dir nicht sagen. Es ist alles kompliziert hier. Soll ich mit dir kämpfen oder so? Nein. Hast du heute was eingeworfen? I wish. Was in der Zeit zwischen 1 und 2 passiert ist? Hm. Gen 5 hat von GF damals so viel Liebe bekommen. Ich brauche ein paar VMs. Okay. Okay. Haben wir letztens überlegt. Ein Shiny Dumiesel aus Schwert und es entwickelt sich in Paldea zu einem 3-Segment Dumiesel mit der Herkunft Galar. Wie krass und selten wäre das? Nicht sehr selten. Genauso selten wie eins aus Kamsin und Popo. 1 zu 100. Wie immer. Vielleicht eine dumme Frage. Ja. Nein. Warum spiele ich Schwarz-Weiß 2 durch? Zum einen, weil ich es noch nie gespielt habe. Und ich will Schwarz-Weiß 2 endlich mal spielen. Und für Tiergeistformen. Und für versteckte Fähigkeiten. Und für Endspokémon. Und für Shiny Geschenke. Und für das Beste von allem. Garados auf Level 1. Dafür spielen wir Schwarz-Weiß 2. Beide komplett durch. Das andere spielen wir nur durch, um das andere Shiny zu bekommen. In einem gibt es Shiny Dratini. Im anderen gibt es Shiny Kaumalat. In beiden gibt es Shiny Maxatz. Garados auf Level 1 und Shiny. Nein. Ab jetzt kannst du Endspokémon finden. Okay. Und das merke ich, oder? Merke ich das? Oder ist das einfach ein random Pokémon? Das zufällig die OT von End hat. Sagt mir, dass ich das irgendwie merke. Ist das irgendwie ein Fix Encounter? So ein statisches? Oder was? Woran soll ich das merken? Da kommt eine Art Shiny Animation. So was merke ich nicht. Dann kommt ein grünes Glitzern. Und wenn ich das dann nicht fange, kann das dann wiederkommen? Sagt nicht, dass ich das merke. Wie soll ich das merken? Ich merke noch nicht mal, was ich gerade bekämpfe. Ich spame einfach nur A. Wir haben eine Animation. Ja, aber das merke ich nicht. Ihr müsst dann schreien. Aber... Ich kaufe mir Pokébälle. Komm, wieder bist du Sphinx. Okay, dann haben wir wenigstens keinen Stress. Kein Stress. Hallo Draroth. Ich wurde aus deinem Discord geworfen, wo ich gesagt habe, dass ich RNG nicht mag. Ich glaube nicht, dass das der Grund war. Was war der Grund? Ich war nicht dabei. Was kann nur eine Person gewesen sein, die das gemacht hat? Und das war der Happens. Happens, weißt du noch? Du hast andere deine Meinung aufgedrängt und genervt, meinst du? Ah. Das liest sich schon anders, Jeffrey, oder? Doch, das war der Grund? Nee, anscheinend war das nicht der Grund. Es gibt viele Leute, die RNG nicht mögen auf unserem Discord. Und viele Leute, die RNG machen. Und viele Leute, die andere Sachen machen. Der Grund, warum du gebannt wurdest, war anscheinend, weil du ein nerviger Idiot warst. Der nicht aufgehört hat, andere zu nerven und seine Meinung anderen aufdrängen wollte. Hast du anderen Leuten deine Meinung aufgedrängt? Dich hab ich besiegt? Oh, Finn ist wieder da. Tschüss Finn. Und seine Pokémon hab ich alle, die kannst du aber erst nach Beenden des Spiels fangen. Aha! Also muss ich jetzt noch nicht aufpassen. Raroth, du bist ein Armagarga. Armagarga? Armagarga? Und Anne, du bist ein Smogon. Ist das gerade ein Trainerkampf? Ja. Soll ich dir die Ehre lassen? Okay, du darfst es auf der anderen Plattform machen. Ähm... Ist jetzt weiter Montag noch nicht Montag-typisch? Ach, doch, doch. Ne, mach Schicksal, wir haben es noch nicht gemacht. Hier, hier. Ich hab das Gefühl, das erkennt man noch. Ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist kein Admorai. Admorai ist in eine andere Richtung gedreht. Ist das Lapras? Aber Lapras wäre ja nicht so eckig, oder? War es doch ein wildes Pokémon? Warte mal. Oh nein. Hier sagt alle Admorai. Warum will der nicht kämpfen? Hallo? Entei? Hm... Entei könnte sein. Terrapagos? Terrapagros? Nee... Vielleicht... Stimmt, vielleicht Terrapagos. Ich glaub, da hab ich die große Schildkröte hinterlegt als Bild. Ach, der lässt mich hier nicht durch. So, was weiter? Okay, was ist es? Ich mein... Entei war falsch. Shiny Keilflamme. Du hattest nicht... Was? Du hast tatsächlich Keilflamme gesagt. Wow. Farid hat tatsächlich Keilflamme gesagt. Nicht schlecht. Krass, oder? Wie komm ich da hin? Wie komm ich da hin? Wie komm ich da hin? Schon die nächste Stadt. Habt ihr oben auch? Ja, aber ihr seid YouTube. Ihr zählt nicht. Ihr seid irrelevant. Wann seht ihr das endlich ein? Ihr seid auf der falschen Plattform. Im Herbst komm ich da durch. Hu 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 hu. Hallo Itaco. Keilflamme ist noch nicht lang genug in unserem Leben, dass wir das erwartet hätten. Hallo Paddy. Mauri ist wieder komisch auf YouTube. Ja. Mauri, hör auf. Sind wir froh, dass Mauri da ist. Während der Arbeit. Malakai, du bist ein dicker, dicker Balduras. Balduras? Balduras? Soll ich dir lieber auf Twitch zuschauen, oder was? Ja. Der YouTube-Stream ist nur Werbung. Auf YouTube könnt ihr nichts machen. Ihr könnt keine Punkte sammeln. Ihr könnt nichts einlösen. Ihr könnt keine Commands machen. Der YouTube-Stream ist wirklich nur dafür da, euch zu sagen, Hallo, ich bin auf Twitch live. Und dann kommt ihr auf Twitch rüber, wo das Erlebnis so viel besser ist. Was für ein Pokémon-Teil ist das? Tja. Auf Twitch würdest du es sehen. Ne. Das ist... Weiß 2. Ich bleib hier. Fehler. Fehler. Walguras. 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 Ich glaube, das habe ich zwischendrin mal gesagt. Zwischen den verschiedenen Vokalen. Wie bitte habe ich gerade nicht verstanden? Schau. Auf Twitch hast du es verstanden. Äh... Das ist Weiß 2. Ja, YouTube hat weniger Delay und kann man theoretisch zurückspulen. Äh... Das Zurückspulen habe ich ausgestellt, weil es nur nervt. Und das mit dem weniger Delay habe ich auch nur anders bisher erlebt. Ist auch egal, Leute. Ist egal. Was passiert hier? Was ist Voltilam? Wo? So viele Voltilams. Mäh. Hallo Shadow Paddy. So viele Voltilams. Willi, Willi, Willi. Willi, Willi. Sword of the Demon King hat eine Pruke Fusion. Soll ich Dusselgormi wieder fangen? Ah, nee. Vielleicht spielen wir es auch nur mit dem Starter durch. Cynthia, du bist ein Ramaydon. Und Igor, du bist ein Dragonier. Und das tut mir leid. Hä? Warum ist einfach das Gesicht... Das Gesicht... Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Warum haben das Leute gemacht? Warum? Was ist das? Yu-Gi-Oh? Na. Nix. Vielleicht ist das eine Anspielung auf so einen Seestern, der einfach auf einen Traunfugel, also wie so ein Alien, so ein Facehugger, der einfach Traunfugel so übernimmt. Ich glaube, es ist eine Facehugger-Anspielung. Bin ich gerade gestorben? Okay. Vielleicht sollten wir doch nicht nur mit einem kämpfen. Wenn ich jetzt da runter... ...dass für deine Origin-Decks auch Mons aus Schwarz-Weiß 2 nehmen oder nur Schwarz-Weiß? Ich darf machen, was ich will. Nein. Ich glaube, hier ist einfach nur die Farm. Aber da komme ich ja... Soll ich einen Terribug finden? Achso, ich soll einen Terribug finden. Okay. Kann man bei... ...den Teil aus Shinies fangen? Kannst in jedem Pokémon-Spiel aus Shinies fangen. In jedem Main-Game zumindest. Wie du darfst machen, was du willst und was sagt Origin-Arkis dazu? Gar nichts. Das kriege ich gar nicht auf Home. Das macht keinen Sinn, weil es gibt kein Origin-Arkis. Ich dachte gerade... Gab es Origin-Arkis? Es sollte Origin-Arkis geben. Ich glaube, Arkis sieht schon Origin aus. Deswegen sehen die anderen ja dann aus wie Arkis. Aber Giratina sieht nicht wirklich aus wie Arkis. Aber Palki und Dialga zusammen sehen halt aus wie Arkis. Hallo, JJ. Arkis braucht keine Origin. Es ist Origin. Dann brauchen wir eine moderne Form. Wie wär's damit? Für Arkis waren wir ja zu blöd. Was? Moltilam! Oh mein Gott! Ein Pokémon, das nicht Gen 5 ist. Das heißt, wie groß ist der Pokédex in Schwarz-Weiß 2, den ich füllen muss? Für einen Magsax und einen Garados. Pokédex, Gen... Nein. Black, White 2. Nee, aber ich mein National. National. Nee, nicht National. Regional. Aber Regional ist dann wieder... Ja doch, das ist der richtige. Smogon ist dazwischen. Vati ist dazwischen. Okay. 300! Nur? Was? Doch. So viel? 300. Aber Miloetta und so kann ich zählen. Also es würde ja gehen. Aber ich glaube, es zählt nicht. Aber da ist Ditto mit dabei. Quiekel. Seemobs. Lapras. Oh Gott. Okay, wir kämpfen auf jeden Fall gegen alles, was nur geht. Um die Einträge zu bekommen. Mythicals zählen nicht, ja. Würdest du jetzt einen Random Shiny finden, würdest du es dann direkt ins Team nehmen? Ja. Oder? Ja, geil. JJ, du bist ein... Voltrian... Voltrell? Heißt das einfach Voltrell? Gott. Mastiv. Matisse. Mögen wir Matisse? So. Gibt es eine Meinung zu Matisse? Bestimmt nicht schlimmer als Hopp und Tali. Aber mögen wir Matisse? Wir kämpfen gegen alles. Wir kämpfen gegen alles. Wir hassen Matisse. Matisse. Also Origin, Dialgon, Palkir kann man auch nicht auf Form bringen. Nö. Sehr nice, der Fight-Musik. Dankt allen Arceus für die Erschaffung des Schillerpins in Gen 5. Wem danken wir? Ja. Es ist Lore, dass... dass er das erschaffen hat. S. Arceus. Aus diesem Grund habe ich mein Original... habe ich in meinen regionalen Decks noch nicht auf Form übertragen, damit direkt Schillerpin da ist. Hm. Das macht keinen Sinn, was? Ob du die Pokémon überträgst, ist ja egal. Der Pokédex-Eintrag zählt. Solange du das Pokémon entwickelt hast und jeden Eintrag hast, kannst du es ja wegschicken. Muss man da nicht eher Professor Eich danken? Das ist Gott. Hallo, Shiro. Hallo, Itachi. Ampharos, ja. Soll ich einfach ein Team machen, wie ich Bock habe, oder soll es Gen 5 sein? Ist das ein Terribug? Wie du Bock hast? Das ist mein Spruch. Mach Gen 5 Team, bitte. Aber welches? Es muss anders sein. Es muss komplett anders sein als letztes Mal. Das heißt, kein Rabigator. Vielleicht machen wir dann diesmal Golgantis. Golgantis. Ähm, was noch? Flambirex, Golgantis. Dann haben wir Feuer, Boden und Geist. Dann brauchen wir Flug und Wasser irgendwie. Ich will keinen Fasernob. Das ist ein noch geiles Flug. Das hier Britz ist aber nur Elektro. Elektro braucht man so selten. Moment, das ist das neue Team Plasma? Ich bin diesem Terriba gefolgt und habe mich hier verlaufen. Er hat ja gerade Frustration auf mich geworfen. Ich werde diese Gelegenheit für einen Rückzug nutzen. Was? Ist das Team Plasma jetzt? Emolga? Emolga ist Flug? Ist Emolga gut? Und Brokkolos? Hm, Brokkolos. Aber Brokkolos ist nur Stein, oder? Schenk es mir. Schick mir das Terriba. Emolga ist schnell. Hm. Brokkolos. Vielleicht, wie wäre es mit, ähm, Eis? Oh, Deponytox. Ist Deponytox nur Gift? Ja, ne? Ist leider nur Gift. Ist das nicht irgendwie Gift und, weiß nicht, Coolness? Emolga hat keine Schwächen. Hat Emolga auch Schwebe? Ja, aber nur weil, Zapplerang habe ich auch so gut wie nicht benutzt. Das war einfach, Zapplerang ist wegen es ein cooles Pokémon. Emolga ist ziemlich lame. Emolga ist Flug, klar hat es Schwächen. Stimmt, es hat einfach Elektro-Schwäche. Nee, hat es nicht. Kann ich immer noch nicht durch. Achso, es gibt schon Arena? Wo war die denn? Flugtyp. Eis und Gestein. Ja, oder? Emolga sollte Eis- und Gesteinschwäche haben. Hallo, Gustav. Ah, hier ist die Arena. In meinem Ort? Mal schauen. Oh, Cesurio wäre cool. Und Licht Stahl. Ich sehe stark aus. Ich habe mich nicht geheilt. Hallo, Hallo Gorgon. Okay, Cesurio und Golgantis ist schon mal cool. Flambirex, Cesurio, Golgantis. Was noch? Wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Welches Pokémon ist Wasser hier? Welches Neues ist Wasser, außer Swarones? Apoqualyb ist Wassergeist, ja. Aber Golgantis ist, glaube ich, heftiger. Branawatz ist Bodenwasser. Branawatz, ja. Quabbel. Branawatz ist so hässlich. Sodacita will doch keiner. Keiner will Sodamack. Ich meine, ich kann auch Apoqualyb nehmen. Für Wasser. Aber dann habe ich zweimal Geist. Karipas. Das ist... Das ist Gesteinwasser. Ja, doch. Karipas ist cool. Kriegen wir das Fossil dafür wieder, wahrscheinlich. Karipas ist, glaube ich, das Coolste von denen. Und das ist Stein, was wir noch nicht haben. Wahrscheinlich sind die Pokémon alle erst nach der Story fangbar. Wenn du Schwarz gespielt hast, hast du doch Reshiram gefangen. Wenn du jetzt Weiß 2 spielst, bekommst du doch auch Reshiram. Woher kriegst du Zekrom? Watt? Ich habe Schwarz gespielt und habe Reshiram gefangen. Dann habe ich Weiß gespielt. Und habe Zekrom gefangen. Und in beiden kannst du zu jeder Zeit Kyurem einfach fangen. Kyurem fängt man einfach. Achso, du meinst gar nicht Kyurem. Du meinst Zekrom jeweils. Ich habe Schwarz und Weiß gespielt. Und ich werde Schwarz, Weiß und Weiß 2 spielen. Ich werde jedes einzelne Spiel spielen. Ich habe kein Problem damit, jedes Pokémon zu kriegen. Weißt du gar nicht, dass du dich auf YouTube streamst? Ja, ignorier das. Komm rüber auf Twitch. Gustav, Gust Gustav, komm. Rüber. Komm her. Wischu als Kampf-Pokémon. Für mich ist Wischu ja Kampf-Psycho. Aber es ist nicht Psycho, es ist nur Kampf. Wischu nur für Kampf, ja. Ja, ja. Gibt es auch irgendwas Psychomäßiges? Kampf-Psycho-Kriff, was ist das? Diesmal haben wir vielleicht einen Psychomon. Gut. Jetzt sollte ich weitermachen. Megalon. Stimmt, Megalon. Ist Megalon gut? Oh, aber... Oh, äh, was ist mit, äh, äh, hier, Flugpsycho, könnten wir Ding machen. Ähm. Ich hab den Namen wieder vergessen. Psepsiologon, nee, ist was anderes. Das, das Totem Ding. Zytomega, nee. Oh Gott, hier werden die am Medaillen mir grad erklärt. Oh Gott. Symbolara, genau, wir könnten Symbolara nehmen. Das ist gut. Symbolara, das ist auch im Team. Symbolara, Flugpsycho. Caripas, Wassergestein. Golgantes, Geistboden. Flambyrex, Feuer. Was hatten wir noch gesagt? Cäsurio. Stahl und Licht. Nehmen wir noch das aus dem Radar. Vielleicht. Kriegt Flambyrex Kampf? Dankeschön, Gustav. Flambyrex wird Kampf? Echt? Und, 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 und. Serpy Royal wird nix? Ja, dann haben wir ja Kampf. Dann passt's ja. Nice. Okay, ich dachte, er ist vielleicht der Arenaleiter. Ich glaub, das ist ein volles Team schon, oder? Das waren doch schon genug. Ihr sagt, in meiner allerersten Stadt ist eine Arena. Soll ich da jetzt hin? Oh, ja. Schon wieder. Ich kann schon Radar übertragen. Ja, 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 ja. Sine. Ich wundert nicht, dass Flambyrex Kampf ist. Mich wundert nur, dass Serpy Royal dann nur Pflanze ist. Ich dachte, wenn wenn Starter einen zweiten Typ haben, dann haben alle einen zweiten Typen. Aber stimmt, Totalk ist auch nur Wasser. Und Bisa Floor ist Pflanze Gift. Glugrug ist Pflanze, äh, Feuerflug. Ist so random eigentlich, das ist toll. Ich dachte immer, entweder haben alle zwei Typen, oder alle nur einen Typ. Aber es ist random. Welche Spiele braucht man, um alle Pokémon der fünften Gen zu bekommen? Genau genommen nur Schwarz und Weiß. Wenn du es dir nochmal extra ein bisschen schwerer machst wie ich, dann brauchst du Schwarz-Weiß 2. Aber du kannst alle Pokémon in Gen 5 in Schwarz und Weiß fangen. Serapandra ist auch interessant. Das stimmt, aber ich finde es so hässlich. Käfer Gift ist es, oder? Ich finde es nur so hässlich. Aber es ist ein interessantes Mon. Wir gucken mal. Ist das hier eine Arena? Warum spielst du Weiß 2? Was gibt es da Wichtiges? Tiergeister, Shinies, versteckte Fähigkeiten, Garados auf Level 1, Endspokémon. Das ist doch keine Arena. Warum sieht das aus wie eine Arena von außen? Trug und Schein und Schlag. Doch. Noch Cinemons auf Level 5. Oh, stimmt. Moment. Vor der ersten Arena? Wie ist die Regel? Oh no. Garados ist Level 1. Wo? Im Endgame von Schwarz-Weiß 2 gibt es Garados und Carpador von Level 1 bis 100. Dahinter ist die Arena. Ah, hier. Äh, aber es stimmt. Ah, Mist. Ich will alle Tiergeister auf Level 5. Wie ist die Regel? Können wir ein bisschen weiterspielen? Ah, nein. Traumradar. Wo steht das? Hier. Level 5, 0 Orden. Level 10, 1 bis 2 Orden. Mist. Ich kann trotzdem... Ihr könnt trotzdem weiterspielen. Weil ich kann ja trotzdem auf Schwarz 2 dann die die Legis übertragen. Die sind dann Level 5. Bei Symbolara und so ist es mir egal. Ich will nur die Legis auf Level 5 haben. Aber dann gucke ich mal. Kann ich das irgendwie unterschiedlich übertragen? Oder werden die alle jetzt auf einmal übertragen? Weiß das jemand zufällig? Wenn ich jetzt Traumradar verbinde werden alle einfach übertragen inklusive Legis oder kann ich aussuchen welche ich übertrage? Du wirst dir auch die Gen 5 Remakes holen. Welche Gen 5 Remakes? Die wird es nie geben. Morbitest ist ein gutes Psycho-Pokémon. Stimmt. Aber es hat halt nur Psycho. Und zwei Typen ist immer geiler. Wer sagt das? Ja, du sagst gerade dass es Gen 5 Remakes geben wird. Ist auch nicht bestätigt. Beides ist nichts ist bestätigt. Das sage ich ja bloß. Warum sagst du Gen 5 Remakes? Wenn wir keine bekommen? Vielleicht. Also wir wissen es nicht. Ich ärgere dich bloß nennt man das. Oder wie man heute sagt Gaslighting. Bei Legis weiß ich es nicht. hat keiner hier Traumradar gemacht. Was ist passiert als ihr Traumradar verknüpft habt? Werden einfach alle Pokémon übertragen? Wir können ja mal einfach das machen. Äh, wahrscheinlich so. Wenn jetzt die zwei Legis einfach so übertragen werden ohne dass ich davor gefragt werde dann muss ich so lange jetzt Traumradar machen bis wir Demeteros haben. Was nicht mehr so lange dauert. Ich brauche vielleicht noch so 800 Punkte also es wäre nicht so viel. Mal schauen, ob das jetzt so einfach geht. Ja. Es sind keine Forschungsdaten von Traumradar vorhanden. Oh, ich muss wahrscheinlich eben in Traumradar die erst rüber schicken. Ja, es wird wahrscheinlich alles sofort gemacht. Aber dann machen wir halt jetzt ein Traumradar-Päuschen. und ich weiß noch nicht ob mir die Schritte die Dinger zählen. Ich habe 75 Münzen. 75 Münzen ist 7 nee, was 7 nee, 14 15 mal 15 mal könnte ich aufladen. Das ist schon einiges. 15 mal damit könnte ich Demeteros freischalten. Weil wenn wenn ich die drei Genies hole, dann müssen die alle auch die gleiche OT haben. Warte. Berühre die mit senden beschriftete Schaltfläche, um die Forschungsdaten einzusenden. Also alle. Ja. Ja. Ich überlege gerade, was für Optionen wir haben. Entweder drücke ich jetzt ja und dann müssen wir jetzt Demeteros machen, bevor ich die erste Arena machen kann, damit alle drei auf Level 5 sind und die gleiche OT haben. oder wir machen es nicht. Dann haben sie auch nicht Level 5. Äh, oder ja, ich entweder oder ich mache es nicht und spiele weiter und übertrage alles erst auf erst auf Dingen. Auf, auf, wenn wir Schwarz 2 spielen. Es wäre aber langweilig. Also ich will die Traumgeister nicht benutzen, aber ich will Symbolara benutzen. Auch wenn es nur Level 5 ist, aber ist ja egal. Es können immer noch maximal sechs Pokémon auf einmal übertragen werden. Heißt es, die rot umrandeten werden nicht übertragen? Das wäre interessant. Dann würde ich einfach doch. Verdammt. Ich würde nichts senden, jetzt Traumradar 15 mal spielen und hoffen auf Demeteros. Nein. Weil ich habe die ganze Zeit so lange gewartet, Demeteros zu machen, äh, weil ich kann Pokémon, ich kann keine Pokémon mehr fangen. Ich muss diese dumme Box leeren, um Pokémon zu fangen. Und da ich alle Pokémon und Traumradar haben will, wäre es Zeitverschwendung, die ganze Zeit Pokémon wegzuschicken. Ich will einfach alle die ganze Zeit fangen. Legis werden sie zuerst übertragen. Okay. Hallo, Maurikun, Shiro, du bist ein Yugong. Hallo, Sam. Okay. Auf deine Ausgabe von Pokémon Schwarze Edition 2 oder Pokémon Weiße Edition 2 zu versenden. Forschungsdaten an Pokémon Weiße Edition 2 senden. Ja. Das können sechs Pokémon gleichzeitig, achso, die werden bevorzugt, das heißt, die zwei wurden jetzt nicht. Okay. Frau Isa, Isa kann sich noch erinnern. Legis haben immer Vorrang. Aber also, man kann dir Traumata-Daten senden, dann in Black White 2 abholen und dann wieder zu Traumata rüber, um die nächsten Max-Spects zu senden, dann solange bis alles übertragen ist, was man will. Ja. Ja, 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 ja. Das mache ich gerade nur kurz. Kann man den Traumata eigentlich noch irgendwie bekommen, wenn man ihn noch nicht installiert hat? Nope. Nur illegal. Und du willst doch nicht illegale Sachen machen. Hallo Dino. War es noch scheine Giratine auf Level 1? Ne, habe ich noch nie gemacht. Borreos. So, zeig mir jetzt einzeln die Sachen. Die, die zwölf Items, also die zwölf Sachen. Voltolos. Ah, und dann, okay, nur die zwei Sachen. Der Rest ist, der Rest ist egal. Cool. Die dürfen aber niemals benutzen, die müssen immer Level 5 bleiben. Okay, jetzt kann ich wieder hier raus. Und, hallo? Giratine auf Level 1 so ein Quatsch. Doch, das geht, Marco. Gehen tut es. Aber, ich habe keinen Bock, das zu farmen. Das dauert ewig. Ich habe jetzt schwarz und weiß von Victini bis Genesek durch. 66 Stunden. Nice. Ich weiß, dass das geht. Woher soll ich wissen, dass du das weißt, wenn du gerade schreibst, dass es Quatsch ist? Warum benutzt ihr kein Kappa, wenn ihr solche Sachen schreibt? Das würde alles so viel einfacher machen. Senden. Bist du nicht der einzige, der Ironie kann? Ja, aber ich habe das Werkzeug der Stimmenveränderung, Tonalität, während ihr dieses Werkzeug nicht habt. Es geht, ist aber trotzdem Quatsch. Okay. Gib mir ein Sarkasmus-Schild. Deswegen, da machen doch Leute Schrägstrich S. Ist das nicht dieses neue Zoomer-Ding, dass Leute Schrägstrich S schreiben? Was ich übrigens auch schrecklich finde. Sarkasmus sollte man nicht erklären müssen. Aber das ist halt das Gemeine an Textform. Man muss es irgendwie erklären. Ich habe 105. Ich weiß nicht, wie viele. Ich weiß nicht, wie viele ich noch brauche. Wir könnten es ausrechnen. 1.000, 500, 500, 2.000. Also ich habe, ich glaube, ich habe 2.400 inzwischen. Ich glaube, ich brauche echt nicht sehr viele mehr. ich muss das wieder so machen. Es geht so schnell, wenn man dieses Fang-Update hat. Bam. Ich dachte, es wäre XD. Du dachtest, XD ist Sarkasmus? Nein, XD ist Xenoblade Doofbacke. XD ist Ich hasse es, ich hasse das, ich hasse das. Ich hasse das. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, ist das geil! Warum kriege ich nur Kack-Items? Wird hier schwindlig, dann musst du weggucken. Wie viel habe ich jetzt gekriegt? 120 bloß! Kriege ich irgendwo angezeigt, wie viel ich schon habe? Lass mal hier, warte, ich kann hier nachrechnen. Ähm, strahl ist auf Level 3, das heißt ich habe da 100 und 500 ausgegeben, 600. Wolkenpeiler ist auf 100, 500 und 1000. Also 600 plus 600 plus 1000 sind 2200. Und mehr nicht. Das heißt, ich bin bei 2400 gerade. Das heißt, ich brauche jetzt noch weniger als 600 Punkte. Es geht relativ schnell. Es geht schon relativ schnell. Gib mir, gib mir 10 Minuten. Ich glaube, in 10, 10 Minuten, 15 Minuten habe ich das. Ich glaube, ich habe kein einziges Pokémon bekommen in der letzten Runde. Das ist ja eigentlich irgendwas Peinliches in meinem Raum gerade. Nein, alles ist so schön aufgeräumt wie immer. Wunderschön. Ich kann nicht. Mein Kabel. Ey. Wie denn? Alter. Quatsch. Willst du doch irgendwann die Algon, Palkion, Giratine aus dem Traumradar holen? Ja. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich könnte das jetzt auch schon machen. Ich könnte die alle, glaube ich, jetzt schon holen. Außer Ho-Over. Ich habe keinen Heart, Gold, Soul, Silver. Was? Warum denn die andere Richtung? Warum hinter mir? Ich kann nicht hinter mir. Wie soll ich denn hinter mir? Hä? Alter. Das sind so viele. Ich muss abstecken. So viele und alle sind weg? Was? Wo sind die Wollkatz? Ich hasse das Spiel. Hä? Welche Vorteile haben Langele aus dem Traumrader? Bessere Fähigkeiten? Ja, nein. Die haben keine versteckten Fähigkeiten. Die haben nichts. Also die Legis vielleicht. Aber die Geister nicht. Hast du dir Graudon von Kai-Oga in Heart, Gold und Soul, Silver gefangen? Nein. Ich habe sogar Hard, Gold und Soul, Silver noch nie wirklich gespielt. Ich kann nicht deeper friends. Genau. Und wiederholen los, mit einem medicines lighten. Aber das ist,iley ist executive. Und wiederholen. Daher Oder? Dann? Gut. Ich habe die question Neues- und erre坐iert. Und dann lauКrieley ist gemacht. Und dann glaube ich wieder einmal, es glaube ich, dir das eine permite, Irgendwann wird es soweit sein, was? Hallo Danu. So, gebe uns ein großes Bild von dir. Nö. Jetzt habe ich 2539, also ich kriege jedes Mal so an die 100. Ei, ei, ei. Ich glaube das einzige was wirklich besonders ist, dass die halt alle im Traumball sind. Und ansonsten, ich muss dann dieses Symbolara sowieso nochmal breeden, weil es im Traumball ist. Tiergeister sind die einzigen, die auch im Traumball bleiben dann. Und dann ja. Und dann ja. Entschuldigung! Ja, das ist gleich schon. Ja, das ist gleich schon. Warum denn da? Ah, so viele, warum sind die hinter mir? Wann ist das jemals? Ach Gott, ich muss wieder abstecken. Ich kann nicht hinter mich gucken. Lil Bobieb. Ja, wir haben vorhin angefangen. Aber ich muss jetzt einmal Traumradar fertig machen, damit wir schwarz-weiß weiterspielen können. Riolo kann man ins Team packen? Das ist kein Gen-5-Pokémon. Äh... Oh, jetzt haue ich die krassesten Streaks raus. Äh... Äh... Du bist so schön. Es ist so schön. Fluffeloff! Ich hab'n Fluffeloff! Früher, bevor es Capture Cards gab, war das Gameplay. Da habt ihr einfach Leuten dabei zugeguckt, wie sie gespielt haben. Wisst ihr, wie gut ihr es habt, dass ihr überhaupt Gameplay sehen könnt? Das ist ein schweres. Das ist ein schweres. Rabiarto ins Team. Was ist Rabiarto? Skalabra oder Triggefall ins Team packen? Nö. Skalabra war schon im Team. Wieso wir suchen ja ein neues Team? Pottrott! Ich hab'n Pottrott. Triggefallo finde ich hässlich. 464. Habe ich gerade nur 30 Punkte gemacht? Ne, wir waren bei 300. Ich mach' immer so 120 oder so. Rabiarto? Das hatten wir auch schon im Team. Wir haben unser Team schon fix. Wir haben schon gesagt, was unser Team wird. 464. Soll ich irgendwas kaufen, dass es jetzt auf dem letzten noch irgendwie leichter geht? Energie. Nein. Nein. Ich hab's gleich. Wir haben schon die Hälfte. Mehr als die Hälfte. Wir brauchen 800 Punkte. Warum ist da nur eine? Warte mal. Warum ist da nur ein? Achso. Nein. Geh raus. Fuck. Danke. Cool. Wir müssen das gerade machen. Ich kann sonst euch nichts anderes zeigen. Wir sind in einer Zwickmühle. Entweder wir machen gar kein Gen 5 oder das jetzt schnell. Jetzt lege ich den mal hier so gerade vor mich hin. Ich glaube, der ändert immer die Position der Wolken, wenn ich den zu krass schnell bewege oder so. Henriette, hallo. Ich habe deine Poster unter dem Teppich hervorgeholt. Willst du sie sehen? Verzage nicht, Henriette. Der Leo richtet alles. Ich glaube, wenn man es richtig hält, sieht man die Ecken gar nicht. Ne, es ist tatsächlich... Es ist tatsächlich gerade. Nur natürlich aus einem Fotopapier kriegst du tatsächliche... Ich nicke nicht raus. Natürlich nicht. Aber du siehst sie nicht, wenn du gerade drauf schauen würdest. Aber die Reflexion zeigt sie natürlich. Einfach unter den Teppich für eine Woche legen. So einfach. Ich weiß schon wohin, die kommen da in den Schrank. Den werdet ihr noch nie sehen. Also ich kann es nicht wohin hängen, wo ihr es seht. Aber ich werde sie da in den Schrank hängen. Klar, das funktioniert. Man muss nur ein bisschen drücken. Ein Henriette, du bist ein... Mimikyu... Mimikma. Gott. Das ist ein schweres... Item. Item. Ja, Feuerstein. Das war eine ultra coole Poster. Die hat mir Henriette geschenkt. Ayo. Das sind Sacken einfach aus Pokémon oder eine Beere. Schon wieder Riolu. Hilfe, was tust du? Ayo. Wir spielen Traumradar. Wir spielen Traumradar. Schuss 16íténesen. Das ist das Schrank. Aber dann geht es mal auf dem Berg بعد. Für noch mal so Jits und Re battery兒 growen. Das tatsächlich hat mir gar nicht gedacht. ich hab schon jetzt schon volles team aber ich will gar keinen somni bum 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 tschüss roter j Oh Perfektion Jey Ich hab schon so viel weiter geschafft als so. Das ist schwierig. Wie noch mehr? Ja. Okay. Und dann können wir weiterspielen. ZWEBO sind. Aber die sind für mich zu hoch. Ich brauch A A B B A A B C C D D E. Deine sind mir A B C A B A B A B C. Ich komm da nicht mit. Vielen Dank lieber Swebo. ZWEBO. Der nächste wird aus dem Haus. Ja. ZWEBO vielen Dank für 35 Monate. Tschüss Daniela. Du weißt ja, dass es andere Pokémon gibt, je nachdem welche Farbe der Punkt rechts oben auf dem unteren Bildschirm hat. Nein. Willst? Zeige mir. Wo? Die Farbe auf dem unteren Bildschirm. Zeige mir. Ja. 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 Welche Farben denn? Ja. 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 also gore, hvor du schon mal blir, Ja. 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 Hm? Hier? Der ändert sich auch nix. Echt? Er ist grün. Und was heißt das jetzt? Das heißt grün. Und oben ist blau. Wenn du beim nächsten Durchgang am meisten bist, wenn man blaues werden erwischt, wird der blau. Ah, und blau ist quasi ein Pool an Pokémon grün und gelb. Das sind einfach verschiedene Pools an Pokémon. Okay. Aber ich wusste doch, dass die Farben eine Rolle spielen. Danke fürs Erklären. Das Spiel hat nämlich null Tutorial. Das wird einem alles nicht erklärt. Man muss immer auf Wikis gucken. Ich brauche keinen Link, nee. Ich will ja nur Borreus. Die anderen sind mir erst mal egal. Habe ich Borreus gesagt? Demeteros, ja. 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 Okay, okay. Vielleicht haben wir sacken viele Punkte gekriegt. Nein, wir brauchen noch 50. Okay, wir haben es gleich. Mal gespannt, wie schwer Demeteros dann wird. Aber wahrscheinlich nicht schwer. Noch 50. Hallo Schrik. Was? Ich habe nicht aufgeladen. Eeeh. So, jetzt muss ich meinen DS nicht mehr mitnehmen zum Sport. Ich habe Rebirth gestreamt, ja, bis Kapitel 10 und jetzt spiele ich alleine weiter. Hallo Simon. Ich habe Rebirth gestreamt, ja, bis zum nächsten Mal. Soll ich bei 800 einfach rausgehen? Patrot. I am Shadow. Dankeschön für 15 Monate. Danke, danke. Die Frage ist, mache ich irgendwas kaputt, wenn ich einfach rausgehe? Dann behalte ich die Punkte und dann kommt Demeterus. Das sollte gehen, weil man kann die Forschung einfach abbrechen. Dann machen wir es einfach fertig. Danke. 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 Merci. Gibt es匠käme als ohne Editorik? Das geht jetzt nicht, weil ich schon die zwei weggeschickt habe. das kann nicht sein. Es ist doch nicht 3.000. Vorhin hat die sogar einmal die Zahl gesagt. Und da haben nur noch 100 gefehlt und die habe ich jetzt geholt. Menno! Das Box voll ist egal. Ich habe das schon mal gemacht mit voller Box. Bei Voltolos war sie auch voll. Mann! Ich habe für Platin einfach das jeweilige Kapitel gefangen geladen, statt von vorne zu fangen. Natürlich lädst du das jeweilige Kapitel, aber für die Kleider musst du halt immer wieder bei Kapitel 2 oder so anfangen. Ich weiß schon. Hallo Goody! Was mich auch ein bisschen angesteckt hat, wieder meine blaue zu spielen, damit der Text nicht so lang wird. Sorry, kann man Pokémover noch irgendwie bekommen? Nur wenn du deinen DS gemoddet hast, kannst du Pokémover runterladen. Vielleicht musst du 3.000 ausgegeben haben? Ne. Wir machen einfach nochmal, dann haben wir 900. Vielleicht habe ich mich einfach um 100 verzählt. Okay, der kann ja nicht anders sein. Kann ja nicht anders sein. Ich brauche es! Oh, das ist ein schweres, oh, das ist ein schweres, oh, das ist ein schweres. Auf, stopp, 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 stopp. Oh, mein Gott. Was ist das? Was ist nochmal der beste Starter, um durch holen zu kommen? Ich habe immer Sumpex genommen. Bist du ein Japanischer? Sterne brauche ich noch. Immer wenn ich sowas komisches vorlese, Leute wisst ihr, dass ich einen anderen Chat vorlese. Das war aber, Sterne ist immer so. Das war letztes Mal schon, als ich Sterne bekommen habe. Da ist es so ein Wupp, 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 Wupp. So, jetzt habe ich doch eine Stunde lang dieses Spiel hier gespielt, oder? Das sollte schon längst vorbei sein. Das sollte schon längst vorbei sein. Ich bin nie an. Das sollte schon längst vorbei sein. Also, ich bin nicht in der Hand. Achtung! Ich bin ja! Ich bin ja! Ich bin ja! So, jetzt aber. Also, jetzt färb ich weit über 3000. Komm zurück, bis alle Traumwolken sichtbar sind, dauert es mit dem aktuellen Level. Das wird... Hallo? Hallo? Hier stimmt was nicht. Jetzt hab ich definitiv genug. 3000. Voltolos fangen und 3000 Traumtropfen sammeln. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Ich zähl nach. Äh, 100, 500 sind 600. Da unten sind's... Äh, 100, 600, 1000. 1600. 1600 plus 600 sind 2200. 2200 plus 1000 sind 3200. Ich hab weit über 3000. Warum kommt... Warum kommt, äh, Demeteros nicht? Muss ich 3000 jetzt haben? Nein, muss man nicht. Ich muss alles... Ich hab alles richtig. Ich hab alles richtig. brauchst du 4900 du meinst weil sie aufeinander nee weil voltolos kam bei 1500 hatte ich auch mitgezählt und es kam bei 1500 hierbei müssen die traumtropfen nur insgesamt erreicht werden es geht um insgesamt dreamradar d wie heißt es landoros das ist nicht so ab das ist landoros nicht ab 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 ich habe echt angst das daran liegt dass ich die beiden weg gegeben habe und jetzt checkt er nicht dass ich die anderen beiden schon habe Es steht nirgends für etwas. 3.000 Note that each of these can only be used once per Dream Radar savefile in each savefile of Pokemon Black 2 and Pokemon 2 YA and only receive one of each Therian. Yeah! To obtain them again you need to delete the savefile. Yep! Landorus, the Therians have their own storage slots in the game. Note that you must complete these extensions in order. If you have not completed Eureka extension A, the orb values that unlock each extension refer to orbs collected after the Peoria's Therian is defeated. In other words, the Eureka extension beta is unlocked by collecting 1.500 after catching Sandoros. Oh my god, you have to go ahead. Oh my god, Poké Wiki wieder, null Ahnung. Smogon sagt, die Zahl resettet, wenn man einen Genie gefangen hat. Das heißt, die werden quasi aufgebraucht dadurch, intern, wie ich. brauchst du eventuell ah, Mauslords geschrieben, sorry, ihr habt beide exakt die gleiche Farbe Mauslord geschrieben, 4900 was ist das für ein Quatsch ich will jetzt nicht noch eine Stunde hier sitzen 4900 ich hab die nicht zusammen übertragen ja, anscheinend hier bei Smogon steht das zuerst 400, dann 1500 und dann 3000 die stacken nicht ah, wie dumm bei Pokewiki steht also, steht es nicht wirklich da aber es hierbei müssen die Traumtropfen nur insgesamt erreicht werden, heißt für mich, dass ich insgesamt 3000 brauche und nicht ne, ich brauch sogar nicht 4000 doch, 4900 genau, ich brauch 4900 und jetzt gerade hab ich 3200 das machen wir nicht jetzt cool, Zeitverständigung danke Pokewiki das heißt wir spielen jetzt schwarz 2 und wir fangen wieder von vorne an was ein Bullshit ich mach nur kurz hier die Box leer muss ich aber wieder ein Symbol Symbolara finden das geht nicht anders ich muss jetzt dieses weiß 2 hier stehen lassen und auf schwarz 2 fangen wir jetzt den neuen Spielstand an wo ich einfach weiterspielen kann das nächste Mal oder ich fange ein Symbolara oder das nächste Mal wenn ich eins wenn ich im Spiel eins das nächste Mal wenn ich eins finde in Traumradar kann ich es übertragen ey 4900 ist ein bisschen viel ist ein bisschen viel Lurki du bist ein das hier Aranaqua oder so let's go Ripka du bist ein shiny Illumis und Daniel du bist ein Kanimani soll ich jetzt hier auch nochmal den Einnalen Link machen mit dem Ding und so ok ging ja relativ schnell geht er jetzt auch schnell hab schon nice ich glaub die benutzen hier dieses Musikprinzip dass es sich so anhalt als steigt die Musik die ganze Zeit an hört sich's an ok jetzt können wir nochmal durchs Intro ich muss es spielen das ist vom komplett egal mit welchem ich anfangen ihr habt eh gemeint wenn ich schwarz 2 durchspiele dann bekomme ich den schlüssel und das andere spiel auch schwer durchzuspielen das heißt es wäre sowieso besser wenn ich beim zweiten mal so schwer spielen möchte wenn ich schwarz 2 zuerst spiele was immer noch keinen sinn macht es macht keinen sinn das ist das ich will das euch noch nicht ganz glauben dass weiß einfach ist und schwarz schwer ist ich will das euch nicht das kann nicht sein warum warum macht man sowas apropos hätte ich in den optionen die textschwindigkeit hochstellen können das macht keinen sinn das ist dumm warum sollte denn spiele machen die verschiedene schwierigkeiten gerade haben hat hier ist hier ist hier ist der abgründe der pokémon logik ich meine logisch ist es ja irgendwie wenn man dumm ist weiß das gute deswegen ist es einfach schwarz das böse deswegen ist es schwierig aber aber das ist doch für den end user ist es doch total nervig wenn du das spiel dann spielst und dann merkst du dass die leichte version gekauft wer will denn das spiel auf leicht spielen wenn man es durchgespielt das macht keinen sinn okay noch einmal ging ja schnell hat es das gute eigentlich nicht immer schwerer in der wirklichkeit schon ja bei den glücksbärchis war das böse immer hatte immer pech die wahrscheinlichkeit dass das böse gewonnen hat bei den glücksbärchi war quasi null warum starten wir jetzt mit schwarz 2 ich weiß mich stört es auch was soll ich tun ich kann mich schon bewegen äh optionen 3 aus kampfstil die animation lassen wir an das schon ist mit weiß irgendwas passiert ja es war mir zu weiß doch 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 ich will ich will ein pokémon partner mama lass mich bitte raus aus dem haus lass mich endlich raus ich will nicht mehr gefangen sein okay ich versuche ganz schnell und einfach zu erklären warum mit schwarz 2 anfangen in 1996 wurde ein pokémon spiel erfunden das rot und blau hieß nur um die background story zu bekommen und das ist ein spiel in dem man monster fangen muss und da wurde so ein system eingeführt das bedeutet dass naja so ein level system das heißt ein pokémon auf level 1 ist schwächer als ein pokémon auf level 100 level 100 ist maximum level 1 ist null level 1 ist quasi null level 1 ist das schwächste ja in meiner welt ist es cool wenn man pokémon hat die ein geringes leben haben ein geringes level haben schau ich kann es nicht erklären es ist unmöglich muss einfach akzeptieren dass wir jetzt schwarz-weiß spielen aber das ist dumm angel das ist dumm warum ist es so dumm maori dankeschön für 19 monate und wenn man traumrader spielt bekommt man drei genies diese drei genies hätte ich gerne diese drei genies haben unterschiedliche level je nachdem zu welchem zeitpunkt man sie auf schwarz weiß zwei überträgt wenn man sie überträgt bevor man einen orden hat haben diese genies level fünf und ich finde es ist am coolsten legendäre pokémon zu haben auf level fünf deswegen muss ich es übertragen bevor ich in diesen spielen hier den ersten orden habe deswegen habe ich die letzte stunde über versucht endlich dieses dumme demeteros zu fangen in traumradar nur um dann rauszufinden dass ich noch viel mehr punkte in traumradar brauche als mir angegeben wurde deswegen habe ich jetzt damit aufgehört was aber auch bedeutet dass ich in dem spiel in dem wir angefangen haben nicht weiter spielen kann als arena 1 und da stehen wir gerade im anderen spiel bei arena 1 und trotzdem heute den fortschritt zu machen spiel ich jetzt schwarz zwei wieviel pokémon fehlen noch für gen 5 gar keine ich habe alle das ist jetzt meine antwort ab jetzt okay weil das frägt die ganze zeit jeder jolt ist tut mir leid ich habe alle pokémon in gen 5 ich spiel schwarz weiß 2 alle verstehst du wirklich lucy verstehst du wirklich meine erklärung war sehr dumm verstehst du wirklich warum fangen wir schwarz jetzt an meine erklärung hat keinen sinn ergeben hallo barmuth besonders gut fand ich dass er frei erklärt hat weil schwarz das neue weiß ist weil du komische legendarys auf level 1 willst auf level 5 fang deswegen stehst du und weißt du die tiergeist auf level 5 fangen deswegen stehst du und weißt du 2 ist vor der Arena und für Progress generell halt schwarz 2, klingt sehr nachvollziehbar. Okay. Macht aber trotzdem keinen Sinn. Weil ich eine Information ausgelassen habe, um euch reinzulegen. Hahaha. Ich könnte ja auch einfach auf dem Spiel die Legis übertragen. Warum spiele ich nicht einfach weiß 2 weiter? Ich könnte ja weiß 2 einfach weiterspielen und dann irgendwann, wenn ich alle 3 Tiergeister habe, sie auf schwarz 2 übertragen. Aber weil ich dumm war, habe ich die anderen beiden Tiergeister schon auf weiß 2 übertragen. Das heißt, entweder warte ich da jetzt, bis ich auch den dritten habe. Oder mein drittes hat eine andere OT. Aber ich will alle 3 auf Level 5 mit der gleichen OT. Deswegen muss ich in weiß 2 die Pause machen und nicht in schwarz 2. Das wäre zu einfach. Eben. Welche Pokémon-Version ist das? Sieht alt aus. Das ist Pokémon Schwarz-Weiß 2. Von 2021. Also so alt ist es nicht. Das ist noch nicht mal... Und ich bin nur auf die Sache gekommen, sonst hätten wir das alles nicht gemacht. Weil vorhin jemand gemeint hat, hey, du könntest ja deine Symbolare einfach aus Traumradar übertragen. Hätte das vorhin nicht jemand gesagt... Also nicht, ich gebe dir nicht die Schuld, aber du bist schuld. Wenn mir das vorhin nicht jemand gesagt hätte, dann hätte ich von vornherein einfach die Tiergeister auf schwarz 2 übertragen. Irgendwann. Und das erst gar nicht groß rumprobiert in eine Stunde. Den Leuten quasi den Magen umgedreht mit meinem Gameplay. Du warst das Angel. Nein, du hast recht. Aber das hat wieder mal eine dumme Erbsendose aufgemacht. Nee, wie sagt man? Can of Und mein Bruder hat auch Pokémon Sonne und Ultrasonne. Okay. Büchse der Pandora. Im Englischen sagt man Can of Beans. Oder? Sagt man doch I opened a whole Can of Beans. Can of Worms. 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 Warum? Gutes Spiel damals. Habe ich sehr viel auf N64 gespielt. Worms. Armageddon. Dafür rennen wir jetzt hier durch, weil ich genau weiß, was ich machen muss. Ich sollte nicht buchstäblich rennen. Ist Fililu unlicht, ne? Na, egal. Ich habe Worms. Ich habe Worms. Armageddon sogar es gab es für N64. Ja. Aber es gab es damals auch für PC und alles, glaube ich. Worms, glaube ich, schon immer überall. Genau wie Lemminge werden soll. Wir hatten es für Playzine. Ich habe das damals so viel gespielt. Ich habe letztens es sogar für die PS5 runtergeladen. Da gibt es quasi auch Worms, Armageddon. Aber es heißt anders. Aber es soll, glaube ich, an Armageddon angelegt sein. Aber es gibt super viele, die sowieso alle gleich funktionieren. Kämpfen? Nein. Warham? Warham? Warum hast du zweimal Flank genommen? Was soll ich sonst nehmen? Was stört ich das? Weil ich Flank spielen will. Wir brauchen keine Pokémon mehr, ne? Ich spiele das, weil ich spiele. Ich spiele es nicht, um neue Pokémon zu bekommen. Ich habe alle Gen 5 Pokémon. Alles, was ich hier fange, fange ich nur, weil ich das Spiel durchspielen muss. Mayhem? Worms Mayhem. Ich habe echt nur Armageddon damals gespielt. Aber es kamen so viele raus. Hallo, Farhad. Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich alles liebe bis zur siebten Gen, aber alle Switch Games mir nicht das Gefühl geben, wie auf dem 3DS. Ich lebe ab jetzt in der Vergangenheit. In der Vergangenheit ist einfacher zu leben als in der Zukunft. Deswegen tu es. Ich muss mir noch die Katzine anschauen mit denen. Wobei, ich muss ja nicht sofort oder diese N-Sache freischalten. Und wenn will ich die Ns, glaube ich, auch... Es kommt darauf an, welchen Spielstand ich jetzt groß als den Spielstand ansehe. Ich muss beide Spiele durchspielen. Aber ich glaube, ich will mir einen Spielstand aussuchen, wo ich alle Sachen sammle. Und da ich jetzt... Hm, mal schauen. Von Worms kam von 1995 bis 2016 quasi jedes Jahr Minimum ein Spiel raus. Krass, na ja, Und alle sind gleich. Alle funktionieren gleich. Das ist wie Morgun. Ich habe Armageddon an Weihnachten über lokal mit meinen Eltern gezeigt. Ich glaube, dieses PS4... Es gibt wahrscheinlich auch mehrere Worms für die... Lazy. Aber es war schwer. Ich habe sogar da wieder Platin gemacht in diesen neueren Worms auf der PS5. Sogar mich mit jemandem online verabredet, um... zu einem random online verabredet, um Trophäen zu machen. Aber was ich echt mich auch zurückerinnere, als kleines Kind vom PC gesessen und Lemmy gespielt, die noch als... als Floppy Disk drin waren. Als Diskette. Floppy Disk ist ja glaube ich noch was anderes. Aber als Diskette drin, Lemminge auf dem PC mit DOS gestartet, weil es eine Diskette war. Ich glaube, ich habe es mit DOS... Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich glaube, man muss es mit DOS starten. Ich würde auch gerne mal wieder ein Lemminge spielen. Das ist für mich Nostalgie, diese riesigen Pixel zu sehen, wie diese Lemminge sich bewegen und dann baut man irgendwelche Stufen und dann sterben sie und Fallschirme. Das war schwer. Aber es hat so süchtig gemacht. Könnt ihr noch Frontschweine? Nein, was ist Frontschweine? Hast du früher wow gezockt? Ne, ich habe nie WoW gezockt. Ich habe gesehen, was das mit Leuten macht und habe... Zuerst habe ich es einfach nicht angefangen zu spielen, dann habe ich gesehen, was es mit Leuten macht, die ich kenne, also in meiner Schule, Freunde und sowas, dann habe ich mich bewusst immer dagegen entschieden, WoW zu spielen. Weil das Spiel nur Leben zerstört. Frontschweine, bestes Game. Was ist denn Frontschweine? Frontschweine war wie Worms, nur mit Schweinen. Das ist ja eine Nachmache dann. das Original. Wir brauchen Worms. Ein schöner PS1 3D Grafik. Warte, ich google es gleich mal. Wahrscheinlich kenne ich es vom Aussehen her. Aber hieß das Frontschweine? War das ein deutsches Spiel? Oh Gott. Das sieht ja schrecklich aus. Frontschweine. Das war quasi ein 3D-Worms. Aber es sieht nicht ansatzweise aus wie Worms. Das war sogar deutsch vertont. Hawk of Wars. Ah, okay. Die Deutschen nennen es Frontschweine. Anstatt Kriegsschweine oder Schweine des Krieges. Du hast auch einen GB Operator gekauft. Nice, Mike. Sehr gut. Darf ich fragen, ob du One Piece verfolgst und wenn ja, ob du Manga aktuell bist? Nein, nein, nein. Ich bin bei One Piece bei Ich hab Keiki Island fertig. Ich bin quasi vor dem Wano Arc und hab erstmal wieder ne Pause gemacht. Keine Zeit. Zu viel Zeit auf Wand One Piece zu schauen. Wand GBA Operator Affiliate Link? Niemals. So, wurde ich geheilt? Ah, ich geh einfach. Das hat vor allem ganzes Spaß aufgehört. Korrekt. Aber ich war sogar in Japan als der krasse Kampf zwischen Luffy und Wano war. Nee, der hieß, der heißt nicht Wano, ne? Wie der heißt. Wie heißt der? Wano. Heißt der Wano? Nein, der heißt nicht Wano. Der fette. Und da war alle Bildschirme waren voll damit einfach. Ich konnte nicht diesem Kampf entgehen. Kaido. Kaido heißt er. Katakuri ist Cake. Kaido heißt er, ne? Schade, dass du keine Korben mit denen von GB Operator hast. Ich hab die halt nie gefragt. Ich dachte niemals, dass dieses Video so so viele Leute triggert, weil der GB Operator ist eine super bekannte Sache schon gewesen. Ich hab einfach nur ein Video drüber gemacht. Ich hab nicht erwartet, dass super viele Leute sagen, oh das existiert. Ja, natürlich existiert das seit Jahren schon. Der GB Operator war nichts Neues. Und auf einmal kaufen es super viele Leute wegen mir. Und ich denke so, fuck. Hätte ich da mal vorher mit denen einen Deal gemacht. Im Nachhinein brauche ich keinen Deal machen. Wer kann auch erwarten, dass ihr den GB Operator so feiert. Hallo, Katiba. War bestimmt mega. Nee, weil ich wollte nicht gespoilert werden. Aber du sitzt am Flughafen. Einfach ein riesiger 80 Zoll Bildschirm zeigt einfach den Kampf zwischen Luffy und Kaido. Du kannst nicht umschalten. Wann DS Operator? Niemals. Niemals. Davor kommt der NES Operator, der SNES Operator und der N64 Operator. Kämpf mit mir. Gab da auch Meckes Werbung in Tokio, wo der Mentor von Sanji einfach eine hochhausgroße Kochmütze auf hat? So, in Wirklichkeit, weil der hat wie, also ja, vielleicht. Leo, warst du schon in Japan? Ja. Wie wir gerade eben in diesen Sekunden besprochen haben, war ich in Japan, als das Finale zwischen Kaido und Luffy stattfand. Ich glaube, das war der letzte Kampf. Ich glaube, ich musste nicht mehr kämpfen. Es lief perfekt. Nur, dass ich nicht flüchten kann vor Wilden wahrscheinlich. Oder war hier nicht ein Item? Das ich so am Anfang vom Spiel schon x Items finde, ist irgendwie komisch. oder war hier nicht? Ja, ich bin Das gab es in Schwarz-Weiß auch einmal die Stelle. Das war die TM-Schleuder, wo mir das einer einfach so zuschleudert. Und jetzt haben sie es wieder gemacht. Einfach so ein Item zugeschleudert kriegt. Lea, du bist ein Shiny-Sanaconda. Shiny-Sanaconda. Hallo, Komet. Azurill hier einfach sehr. Azurill wäre eine krasse Fee. Für unser Team, eine Fee. Brauchen wir eine Fee in unserem Team? Hast du früher Dick? Oh, warte mal, kriege ich das Item? Ja. Ich darf nur nicht... Okay, wenn mich ein Wildes besiegt, verliere ich trotzdem Geld, gell? Oh, ein Pokéball. Eine Fee ist immer gut im Team. Ja, ne? Es gibt keine Fee hier. Hör mir auf. Hör mir auf. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Spoiler mich doch nicht so. Ich dachte, es kommt gleich ein Fee-Arena-Leiter und sagt, haha, wusstest du schon, dass es in Einal Feen gibt. Und dann bist du so, sie haben Feen in Gen 5 eingeführt? Das wäre jetzt gleich gekommen. Darf ich mich heilen? Wollt nicht spoilern. Warte, ich muss da rein. Ich muss mich heilen. Warte mal, haltet er mich nicht? Der heilt mich aber erst danach. Ist auch geil. Der heilt mich, nachdem der Kampf vorbei ist und ich in den Pokémon Center kann, aber davor nicht. Nobby, Dankeschön für 16 Monate Prime. Der echte Nobby, Dankeschön. Hikaru, ich warte immer noch auf deine Nachricht. Ich glaube, das war keine fertige Nachricht. Hast du früher Dick? Dick ist ein Lied von Mudwain. Was ich nicht so mag. Dick, falsch geschrieben, ist auch was anderes. Habe ich gegraben? Was? Angegraben? Nicht viel. Wurde ich angegraben? Auch nicht viel. Dick. Ich wollte nicht spolieren. Ist auch ein geiles Wort. Spolieren. Spolieren könnte das deutsche Wort für Spoilern sein. Entschuldigen Sie, der Herr. So bitte spolieren Sie mich nicht. Spoliergefahr. So in dem Video. Spoiler Warning. Kommt so Spoliergefahr. Hast du früher Digimon gespielt? Okay, da habe ich tatsächlich nicht dran gedacht, dass du mir Dick Digimon meinst. Äh, nein. Ich habe nie Digimon gespielt. Ich habe noch nie ein Digimon gespielt. Das einzige Digimon, was ich je gemacht habe, war die erste Staffel als Kind angeschaut nach der Schule. Lebe deinen Traum, denn der wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles was wichtig ist. Wie geht der Text? Alles was wichtig ist. Wenn die Zeit gekommen ist. Was? Wenn alles was wichtig ist. Wenn die Zeit gekommen ist. Was sagt der da? Alles was wichtig ist. Wenn die Zeit gekommen ist. Wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, das kenne ich. Danu kennt es gut. Ich bin sogar. Wirst du erkennen, wenn du erwachsen bist. Achso, und Verantwortung hast und gern Geld zum Leben hast. Ich habe mein Abitur abgeholt zu dem Lied. Ich, äh, wer waren wir nochmal? Danke für deine Videos und bleib so wie du bist, Herz. Drei, vier Leute waren wir und haben uns zusammengetan und sind zu leb deinen Traum auf die Bühne gegangen. Krasser Cringe natürlich. Vorhin wurde die falsche Stelle vom Lied eingesendet. Obwohl ich genau gesagt habe, welche Stelle. Ich habe die Stelle sogar hingeschnitten. Die hätte nur auf Play drücken müssen. Maria, du hast nicht einfach nur auf Play gedrückt. Warum hast du nicht einfach nur auf Play gedrückt? Warum bist du auf YouTube gegangen und hast irgendeine Version von dem Lied genommen, anstatt einfach auf Play zu drücken von der MP3, die ich dir gegeben habe? Denn die scheiß YouTube-Version, das erste, was kommt, ist die Long-Version, wo das Lied erstmal drei Minuten lang geht, wo nur so eine A Cappella, nicht A Cappella, das Gegenteil von A Cappella, wobei A Cappella, doch, wo eine A Cappella-Version einfach nur spielt. So einfach nur eine Stimme, leb deinen Traum. Und wir singen so, was zum Teufel. Wir wollten so, bam, 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 bam. Und dann, Maria. Die hieß wirklich Maria, die dafür verantwortlich war. A Cappella, A Cappella. Set Cappella, hör auf. Aber es war egal. Es hat auch nur mich geärgert, die anderen hatten es gar nicht geärgert. Ich hatte es so, es ärgert mich immer noch, es hat mich so geärgert, weil es war dann extra cringe. Wenn, wenn die Stelle gekommen wäre, einfach leb deinen Traum mit der Musik und allem, dann wäre das nicht so cringe gewesen. Aber ohne, stellt euch vor, einfach nur A Cappella ohne Musik, leb deinen, von dieser Standard-Gesang-Anime-Stimme, der Typ, der alle Animes früher gesungen hat. Gott. Und alle anderen danach so, ist doch egal, wir haben unser Abi. Halt die Klappe, es war nicht egal. Wie kann man so einen Moment zerstören? Maria, du hättest nur meine MP3 nehmen müssen. Alter. Das ist ein Winx-Club. Das Gefühl ist, es ist auch eine der wenigen Städte, wo man nicht zurück kann, ohne durchs Gras gehen zu müssen. Das Gefühl ist, es ist ein Winx-Club. Was für ein Jam. Die deutschen One-Piece-Intros waren auch schön. Kenne ich nicht. Ich kenne nur die japanischen. Ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Ja. Tafelwasser. Oh nein, da ist Sharon. Ist Sharon der Arena-Leiter? Oh Gott, es macht Sinn. Das würde Sinn machen. Oh nein, Sharon ist der Arena-Leiter. Ah, ein Herausforderer. Hatte Sharon nicht eine Brille? Es kann nicht sein, dass sie mir jetzt Kontaktlinsen gegeben haben. Welches Elektro-Pokémon würdet ihr mir als Wagt empfehlen? Voltenso. Voltenso. Reggie Elici. Voltenso, Mann. Voltenso. Muss ich gegen die kämpfen? Ich kämpfe. Aber von hinten. Du hast das OP von Dr. Slump und Flint Hammerhead gefeiert. Kenne ich nicht. Irgendwie hatte Belle keine Brille und jetzt schon und mit Sharon andersrum. Das können die doch nicht machen und so verwirren. Menschen sind doch ein... ...Gewohnheitstier. Ich schau mal, wie lang ich zurechtkomme mit nur meinem Starter. Und dann gucken wir, was ich fangen gehe. Also wir wissen inzwischen, was wir fangen gehen. Was haben wir gesagt? Flambiris. Flambirex. Volgantes. Cäsurio. Caripas. Was habe ich noch gesagt? Simvolara. Ich hatte noch was. Warum sterbe ich? Ich habe gerade gesagt, ich gucke mal, wie weit ich komme mit nur meinem Starter. Okay, passt. Ich hatte noch was vorhin gesagt. Ein Igler. Besser als Schnüffler. Ähm. Nice, Mr. Direct. Nice. Ja, kurz nachdem du das gesagt hattest, hat auch jemand anderes gemeint. Es funktioniert. Ich habe es gerade gemacht. Danke für die Rückmeldung. Ich wusste doch, dass es noch geht. Auch wenn ich es nicht mehr schaffe. Bin halt so blöd dafür. Allgemein in schwarz-weiß ist man älter als normalerweise. Die sollten jetzt 16 sein. Also die ursprünglichen drei Charaktere. Muiwara. Du kriegst das Fossil für Caripas erst nach der Liga? Verdammt. Wir brauchen einen Ersatz für die Caripas. Ich hatte doch noch eins, oder? Das waren doch nicht alle. Golgantes. Aber Apoqualyb ist halt auch Geist. Ich will nicht zwei Geister. Symbolara. Ich will gerade Typen durch. Feuer, Pflanze. Ist das irgendwie wo, was man als Ei geschenkt bekommt auf Route 18 immer weiblich? Nein. Mein drittes war männlich. Und das danach war wieder weiblich. Ich glaube ja. Nein, Tennis. Falsch. Wir haben es doch selber gemacht. Welches Pokémon hast du heute auf dem Plan zu finden? Gar keine. Ich brauche keine mehr. Ich spiele Schwarz und Weiß 2 nur for fun. Und dann am Ende können wir ein paar coole Sachen machen. Aber streng genommen habe ich alle Gen 5 Pokémon. Oder locker genommen habe ich alle. Streng genommen machen wir noch ein paar coole Sachen hier. Aber dafür muss ich das Spiel erst komplett fertig machen. Was gibt's heute zu essen? Weiß ich nicht. Rosa ist in Stockholm. Ich gehe entweder einkaufen. Und kaufe mir was. Oder ich kratze was zusammen, was ich habe. Könnte ich von dem... Könnte ich mit dem da unten reden? Nein. Ich habe keine Lust mehr, Kristall zu starten. Dann lass es, Mariko. Gib auf. Ich gebe dir die Erlaubnis, aufzugeben. Und ich glaube, ich werde verlieren. Aber Sharon sieht jetzt auch erwachsener aus. Wir handeln heute Abend wieder mal Nafi. Wo hast du diese Information her? Bestell dir doch mal einen riesigen Burger mit Pommes. Niemals. Ausgeschmissenes Geld. Schlechte Nahrung. Wenn ich was bestelle, dann ist das was Gescheits. Wenn ich ungesund essen will, dann kann ich es auch selber machen. Manchmal habe ich tatsächlich Heißhunger auf so einen fetten Burger. Aber das passiert vielleicht einmal im Quartal oder so. Macht ihr doch Hühnersuppe? Hatte ich heute schon. Wie kommst du jetzt auf Hühner? Ich kann mir alles machen. Warum sagst du jetzt einfach, mach dir doch Hühnersuppe. Okay. Okay. Ich mache mir Hühnersuppe. Ich schaff's. Ich schaff's. Oh, ich schaff's nicht. 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 Verbrenn. Oh mein Gott. Verbrenn, 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 verbrenn. Okay. Entweder. Er hat doch nur Tackle gemacht. Das heißt, er ist schneller als ich. Entweder ich benutze jetzt einen Trank. Oder er macht was Dummes. So wie Kraftschub. Oder ich bin schneller. Aber ich war schneller. Und dann war ich nicht schneller. Was war nicht Rückzug-Heap? Ich soll da mal einen Trank nehmen. Ich hab einen Trank. Ich nehm einen Trank. Ich hab mir heute voll die köstliche Hühnersuppe gemacht. Jetzt sterbe ich sowieso, oder was? Äh, ich kann's erst. Sharon immer noch ein Lappen. Ich muss mir Pokébälle kaufen. Und im Pokémon Center die Cutscene anscheinend. Oder ne, ich schau die Cutscene nicht an. Ich glaub, ich mach das alles auf dem anderen Spielstand. Aber wir sind jetzt hier weiter als beim anderen Spielstand. Ich habe die erste Arena besiegt. Mein Starter ist noch kein einziges Mal K.O. gegangen. Starter only run. Was haben wir hier eigentlich für einen Zettel? Light. Licked. Lightman. Du bist ein... Heute sind viele Shinies. Wo kommen die her? Shiny Schallquap. Wie lange streamst du heute? Hm. Kann jemand anderes das für mich beantworten? Ich habe heute... Ich weiß es heute nicht. Ich weiß es doch immer. Ich geb da doch immer so eine gute Antwort drauf. Wir haben uns zwei Jahre nicht gesehen. Einshaft? Boah. Ist irgendwas passiert? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn ich mich in deinen Visocaster eintrage. So lange, bis er Gen 5 ein drittes Mal anfängt. Bis einer den Stream mit einer Bitch-Spende beendet. Er streamt bis zum Ende. Bis Leo Hunger bekommt und sich was zu essen macht, solange es streamt er. Das ist tatsächlich die ernst... Das ist die... Die ehrlichste Antwort von allen. Das Problem ist, ich habe jetzt schon Hunger. Weil ich nur eine Hühnersuppe diesen Mittag gegessen habe. Hatte Belle davor echt keine Brille? Ich habe das Gefühl, die hatte immer schon diese rote Brille. Auch hier, es sieht aus, als ob sie aufs Maul gekriegt hat. Diese rote... Diese roten Augen. Brillen sind nicht gut in Pixel-Grafik hier dargestellt. Matisse! Sie hatte keine. Okay, 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 okay. So kann man auch zum Pokémon Center gehen. Brillenschamer Leo. Dumme, vier Augen. Sieht aus wie die eine Feen-Chefin aus Usum. Mich nervt die Tatsache, dass ich mich nur für Koraydon und Miraydon durch dieses Text-Boxen-Massaker drücken muss. Wir haben es schon schwer. Können wir beim nächsten Arena-Leiter wetten? Nein, warum? Der Typ Lynx hatte Badges für dich im Pokémon Center? Okay. Brauche ich nicht, will ich nicht. Was bringen die mir? Soll ich wilde Pokémon besiegen? Nein. Jetzt gleich wieder Lauro kommt und sagt, oh, hör mir zu, ich bin so ein bodenständiger, cooler Mensch. Ich bin der Champ und auch du wirst... Okay, jetzt ist das Bell. Der Typ hat immer Medaillen, die er gegeben will. Ja. Außer man spricht ihn einfach nicht an, oder? Olo Poto, du bist ein... 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 Blip. Blip. Mach dir doch Thai-Curry. Was? Wo kommen eure... Was? Ich miss... Ich miss... Okay, Icaro. Mach... Mach du dir doch... Äh... Was für ein Spiel? Spiel mir. Warte, ich spiel mit. Mach du dir doch... Spaghetti-Bolognese. Darf ich jetzt hier lang? Willst du jetzt gegen mich kämpfen? Tatsächlich. Nee, ne gute Bollo ist mein Vorschlag fürs Abendessen. Okay, okay, okay. Irgendwann machst du die doch safe 100% voll. Die Medaillen in dem Spiel hier. Vielleicht, irgendwann. Aber dann will ich die halt machen. Und nicht hier ein paar und irgendwann anders ein paar. Sondern wenn, dann will ich die alle auf einmal machen und nicht... Wir haben jetzt ein anderes Projekt gerade. Projekte dürfen nicht überschnitten werden. Hast du vor drei Tagen schon? Verdammt. Lachsfilet geht immer. Lachsfilet geht immer. Ich esse nie wieder Fisch. Seit Köln. Ich werde nie wieder Fisch essen. Seit deiner Heimatstadt. Nudeln mit Eiern. Gegebenenfalls Schinken. Zack, fertig. Okay. Köln ist schuld. Auch wenn Köln nicht dran schuld ist. Auch wenn es in Köln war. Mein Körper ist darauf eingestellt, dass... Wenn ich nur an Fisch denke, wird mir schlecht. Was war mit dem Fisch? Ich habe in Köln einen Fisch gegessen im Restaurant und habe danach 24 Stunden durchgekotzt. Ob der Fisch dran schuld ist, das weiß man nicht. Aber wenn ich jetzt an Fisch denke, wird mir schlecht. Logischerweise. Aber Fisch ist Liebe. Garnelen in Pasta. It's over 9000. Gut, dass Garnelen kein Fisch ist. Fisch ist Liebe. Garnelen in Pasta. It's over 9000. Schön. Das sind zwei verschiedene Sachen, ja. Alles besser als Pizza Hawaii. Wie sind eure Gehirnverknüpfungen? Wie kommst du jetzt auf Pizza... Okay. Okay. Warte mal, ich entwickle mich gleich. Warte. Nitro-Ladung. Irgendwie scheint Floink besser Attacken zu lernen als der P4. 40 Pogedoller hast du bloß? Dunkel ist krass. Oh mein Gott. Peperoni Pizza war ein Cheat Code bei Age of Empires. Aber was hat der nochmal gemacht? War Peperoni Pizza... War aber nicht das Auto. Das war Big Mama, oder? Das Auto war Big Mama. Peperoni Pizza waren das die Flammenwerfer? Die Laserschiezer? Tausend Nahrung? Oh, stimmt. Tausend Nahrung. Big Daddy waren die Dinger. Aber Big Mama gab's doch auch, oder? Es gibt bestimmt wieder eine Liste, oder? An Trainern, die ich besiegen muss, um einen vollen Pokédex zu haben. Pizza mit Curry und Polette ist lecker. Hat auch Ananas drauf. Okay. Die Mama kenne ich nicht. Dann war es nur Big Daddy. Und wie war das da... Wie war der Cheat Code für diese Laserschießer? In Italien gibt's Pizza mit Pommes und Wurst drauf. Die sollen sich nicht so anstellen bei Hawaii. In Italien gibt's auch Hawaii. Man möge... Man möge munkeln. In Deutschland gibt's auch schlechte Döner. Eine schlechte Currywurst. Aber nur ganz eventuell. Das soll ein großes Gerücht sein. Hojo hojo waren die Beastmordpriester. Geil. Wololo. Wololo. Welche Challenges kannst du dir nach dem Origindex neben dem Shiny Hand vorstellen zu machen? Muss ich mir nicht vorstellen, das weiß ich schon. Photoman. Stimmt. Es glüht besser als Nitro-Ladung. Ne, Nitro-Ladung muss besser sein. Vor allem, weil ich schneller werde. Ah ja. Das ist ein Geheimnis, was ich nach dem Origindex mache. Das müssen nur die Leute, die meine YouTube-Videos anschauen, weil ich das da ständig erwähne, was ich danach mache. Aber es ist ein Geheimnis hier im Stream. Pokefusion für Maure Dieven. Nummer 223 und 251. Ich bin dir sicher, dass du 251 wecken möchtest. Mariko, schau weg. Mariko, schau weg. Das ist nicht für deine Augen bestimmt. Schaut weg. Und das sucht Mariko. Ja, das ist Ho-Oh. Tötet es. Okay. Ich kann gerade keinen Doppelkampf machen. Wir überspringen jetzt alle Doppelkämpfe. Weil ich niemals zwei Pokémon haben werde. Kann sein, dass die mir nur den Superball gibt, wenn ich kein Pokémon gefangen habe bis dahin. Weil die hat gerade gesagt, ich soll mir Pokémon fangen. Muss man Black & White und Black & White 2 spielen für den Origindex? Origindex, nicht Originaldex. Originaldex ist was anderes. Weiß ich nicht, was das ist. Was ist Originaldex? Wenn du nur in Originale Spiele spielst und keine Fake-Wish-Spiele. Das kommt darauf an, wie du Pokémon gerne fangen würdest. Oh, die ist cool. Das ist die Gitarrenfrau. Die kenne ich. Auch wenn ich das Spiel nie gespielt habe, aber die kenne ich. Aber nein, du kannst in Schwarz und Weiß alle Gen 5 Pokémon fangen. Du brauchst keinen Schwarz und Weiß 2. Mika versucht, dich mich aufzuhalten. Ich gehe nach Pokéwood, um herauszufinden, was in mir steckt. Mein Ziel ist es, sowohl Käpt'n als auch Filmstar zu sein. Na hör mal, du bist doch in erster Linie ein Kapitän. Denk doch an all die Leute, die darauf angewiesen sind, dass dein Schiff fährt. Mein liebes Töchterchen. Du hast auch zwei Jobs. Du bist Erinnerleiterin und hast ein Band. Montag ist halt kein guter Tag, ne? Du bist Erinnerleiterin und hast eine Band. Ich hab an Band gedacht, von wegen Ribbon, Mann. Die heißen Bänder. Bänder. Ich dachte, vielleicht hat die einen coolen Ribbon-Band. Du bist Erinnerleiterin und hast eine Band. Das kann ich auch. Geht. Tschüss, auf Wiedersehen. Du Idiot, du Idiot, du Idiot, du Idiot, du Idiot. Das Problem ist nicht, dass du dann zwei Jobs hättest, sondern dass du anderen Leuten Unannehmlichkeiten bereitest. Es kann doch nicht angehen, dass Leute nicht mit dem Schiff fahren können, nur weil du so egoistisch bist. Ich hab die Nase voll, ich geh zur Arena. She's so cool. Leo, wenn du mich mal besuchst, koch ich für dich. Tut mir leid, dass ich deine... Deine, deine... Äh, nein. Ich kann kein Deutsch. Leute, ich werde euch nie besuchen und ihr werdet mich nie besuchen. Hört auf, sowas zu schreiben. Cringe-Lord. Cringe-Cringe-Lordin. Lordess. Was ist weiblich für Lord? Lady. Lady. Cringe-Lady. Das klingt aber gemeiner. Cringe-Lord klingt nicht so gemein. Äh, wo ist die Arena? Was schaffe ich dir überhaupt mit einem Pokémon? Bestimmt. Ich versuche dich auf dem Breeze. Ist ja was anderes. Dich mag ich ja. Marco kenne ich ja, den habe ich ja schon angefasst. Wo ist die? Hier ist keine... Wo, die ist doch hier lang. Und dann ist hier. Und dann da. Ach, hier unten. Oh, oder auch nicht. Kann man den Usum eigentlich alles aus Gen 7 fangen oder braucht man auch SM? Nein, du brauchst nur Usum. Das ist die Arena. Jetzt habe ich kein Geld zum Verlieren. Leo sagt sowas nicht. Ich habe gerade nicht mitgelesen gedacht, wie sie hat ein Band. H-Band? H-Band? Dann Band-Ribbon halt. Ihr Freund und ich wollen gegebenenfalls dieses Jahr nach Dublin. Äh, dann, dann, dann kann ich dir da, dann kann, dann kann ich dir ja dann deinen Ranger zurückgeben. Wenn du es zurückhaben möchtest. Ein Fantreffen in der Guinness-Brauerei wäre übelst witzig. Für wen? Guck mal, da ist ein DJ. Okay, da ist cool. Die Musik wird sogar lauter, wenn ich hier hochgehe. Die Musik wird nur auf den Treppen lauter. Hä? Die Musik wird auf diesem Feld hier lauter. Aber nur hier. Okay, bei den Boxen. Ein Blitzbild mit Dion und Autogramm nehme ich. Blitzbild macht auch ein Blitz aus. Die Stimme im Hintergrund könnte ich sein. P, O, K, E, M, O. Pokemon, yeah. Gar nicht einfach. Es ist zu laut, ich verstehe kein Wort. Okay. Strom. Können wir den Strom draußen vielleicht ausmachen? Mit Blitz wegen dem... Achso. Okay, ich glaube, ich muss einfach... Wah? Wah? Okay, cool. Okay, warte, ich rede nochmal mit allen da unten. Hallo, She-Death. Los, Nitro-Ladung. Gegen die Boxen. Ich kann... Ich selbst sein, wenn ich auf meiner Gitarre rocke. Ah! Okay, ich muss die anderen erst besiegen. I get it, I get it. Du hast das Genesec bekommen, Jacques. Jawohl. Und war doch einfach. Glut reicht. Oh, ich bin nicht geheilt. Ohlala. Äh, Kev, danke schön für... Zwei Monate. Danke, danke, danke. Toxiped Mestis Mon. Nein! Warum gibt es so viele, die dieses Serapendra mögen? Es sieht so komisch aus. Gewissheit. Ah, nein. Überleb! Oh mein Gott. Keiner hat G spuliert. Du musst nicht noch G davor schreiben. Nur spuliert. Spulieren. So ein gutes Wort, was du erfunden hast. Keiner hat spuliert. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wann sich das entwickelt. Wahrscheinlich auf 18. Flambyrix. Äh, Verkokel? Ne, doch. Verkokel. Ich habe gesehen im Video, dass man Hotspot ohne Passwort machen muss. Dann verbindet sich der Nintendo mit dem Handy. Ja, darum ging es im Video richtig. Wie, wie, wie? 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 Hä? Jakkes, was war dann jetzt das Problem, dass du dich die ganze Zeit nicht verbinden konntest und auf dem Discord ewig lang gefragt hast und ich es dir auch erklärt habe? Ich glaube, dass du die ganze Zeit versucht hast, es mit Passwort zu machen, während das Tutorial nur darum geht, zu sagen, du musst es ohne Passwort machen. Jakkes! Ja, schau, und ich denke mir immer, was mache ich falsch in meinen Videos. Nix. Nix! Jakkes! Das war so einfach. Du wolltest das letzte Mal, dass ich Donner-Sichel-Shiny-Hunter Jetzt habe ich es geschafft, welches Pokémon ist als nächstes dran Riesenzahn Hast du schon? Das ist Shiny Dioxys schon? Zwei von vier, ja Dann suchst du jetzt ein weißes Shiny Kavaloro Ein weißes Kavaloro Okay Weißt du wie, weißt du wo Da gibt es eine schöne Stelle für Oder das hier, Glurak Nein Das ist das Einzige, wo ich sagen muss, nein, nein, nein Das ist nicht mein Lieblings-Pokémon Mein Lieblings-Pokémon ist Glurak, es ist einfach so toll Nein Nein, nein, nein Und in Gen 5 Anscheinend Er wirkt Gift nicht, wenn man gerade gewonnen hat Eigentlich hätte ich sterben sollen, glaube ich Nach den neuen Kampfregeln, glaube ich, wäre jetzt mein Floink vergiftet worden Und wäre draufgegangen und ich hätte verloren Weil es war noch nicht seine, der Kampf Ich musste noch einmal vergiftet werden Hallo Tobias Da ist es Verkokel 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 Der verkokelte Kerl Was, was für eine Attacke? Armstoß Bist du schon Kampf jetzt? Okay 15er Stärke Na gut Man kann auch Twitter anschauen, ohne einen Twitter-Account zu haben Genau wie du auch YouTube und Twitch anschauen kannst, ohne einen YouTube- und Twitch-Account zu haben Moment, äh, ich gehe... Ja, ich muss mich reingehen, um Gottes Willen Hier komme ich zu dem Item Vielleicht brauche ich Surfer Moment, das heißt, jedes Mal, wenn ich zu diesem PC möchte, muss ich an den Medaillen und an dem Erinnerungstypen vorbei Und wenn ich mich auch nur einmal falsch hinstelle und klicke, muss ich mir erstmal die Na4-Seite an durchklicken Macht nix Der sieht aus wie Lukas aus Earthbound Okay, jetzt nicht mehr Er bekommt eine andere Frisur, umso näher man geht Ähm, okay Dann schauen wir, Mika heißt sie, glaube ich Die ist cool, aber die Elektro... Ist sie Elektro? Aber gibt's nicht auch die Elektro-Arena-Leiterin hier? Mit dem hier, die aussieht wie eine Wespe, eine Biene Roller-Skates Ach nee, das ist ein XY Nee, warte mal Nee, die ist hier Ich denke mal, die hat Ach, die hören dann auf zu spielen Ach, die ist Gift? Okay, das macht Sinn Das macht um einiges mehr Sinn als Elektro Wenn ich gerade nur gegen Gift-Pokémon gekämpft habe Los geht's Hallo Zotmonte Krass, die aussieht Ich hab letztens beim Spazierengehen draußen jemand gesehen Der hat gejoggt wie ein Titan Also ohne Schmarrn Ich muss so versuchen, nicht laut zu lachen Ich bin ganz normal draußen am rumgehen Und auf einmal läuft halt ohne Schmarrn jemand so vorbei Ihr habt alle Attack on Titan gesehen, oder? Der ist wirklich so gelaufen Aber ich wette, die Person hat nicht mal Attack on Titan gesehen Das heißt, es war noch nicht mal witzig Sondern die Person ist ernsthaft so gelaufen So voll No joke Äh Ich mach einfach Nitro-Ladung durch, oder? Ich hätte gelacht Und hätte vermutlich aufs Maul bekommen Nee Rumbling Rumbling Irrn Smell like a baka Ich hätte einfach rufen sollen You smell like a baka Ich find's schade, dass Game Freak nicht immer eine längere Story über mehrere Teile macht Ist das hier eine längere Story? Oh nein Ich hör doch so schnell durch, wie's nur geht Wow, wir sind bei der zweiten Arena Schwarz-Schwarz-Weiß war tatsächlich sehr kurz Ich dachte zuerst, das wird ewig dauern Aber es ist Als ich das zweite Mal durchgespielt hab Sau schnell kommt man durch Wie viel war eine Zeit? Wie viel war eine Zeit? Neun Stunden? Oh, oh, oh Rollum, oh mein Gott Angsthase Was ein Haspi-Ohr Die Story geht weiter in Schwarz-Weiß 2? Nein Sag, sag, sag mir das nicht Nach neun Eiern, wo weiblich rauskam War das zehn endlich das männliche Ignibor gewesen Neun weibliche Eier hattest du hintereinander? Das ist krass Ich dachte, ich wäre mit meinen drei schon An der Grenze Ist das Teil zwei? Ja Und auch die zweite Arena haben wir nur mit unserem Starter geschafft Cool Ich zieh das durch Und dann werden wir irgendwann eine Vorm brauchen Beim Lernen auch echt toll Habe Ultrasonne sogar gespielt Was zum Teufel ist Gufa für ein Pokémon? So viele von denen ich noch nie was gehört habe Gufa? Gufa ist eins von den coolen, finde ich Weil die eins zu eins Aus der unserer Welt so groß genommen sind Es gibt ja wirklich so ein Viech Was so aussieht Nicht so aus Grob so aussieht Und sich so verhält wie Gufa Ist ziemlich eklig aber Das ist jetzt kein Video, was ich freiwillig anschaue Von so einem Tier Aber es gibt so Tiere, die ihren Magen Quasi nach außen stülpen Und Sachen damit aufsammeln Und wieder reinziehen Und das ist sehr Gufa Deswegen, ich find's cool Wenn sie halt wirklich so Abstruse Sachen aus unserer Welt In die Pokémon-Welt übernehmen Anstatt einfach Ne Taube Bisschen sehr still jetzt hier Warum haben wir eigentlich keine Haben wir nie Der Dance trotzdem Haben wir nie Fußstapfen-Geräusche Ab welcher Gen haben wir Fußstapfen-Geräusche? Bestimmt XY, oder? Haben wir vor 5? Haben wir vor 6? Nie Fußstapfen-Geräusche? Scheint Ziemlich ruhig Geht's dazu? Shiny Deoxys Danke Drittisch hab ich auch Easy mit Verkugel Ist es Pflanze? Ist es Eis? Ist es Ist es Mehr fällt mir nicht ein Ist es Wasser Gestern den Void Glitch mit deinem Video gemacht Hat einwandfrei geklappt Geil Sehr gut Ich hoffe niemand Verirrt sich jemals Und macht den Spielstand kaputt Kann man jetzt da schon weiter gehen? Wobei ich muss einfach wahrscheinlich zu dem Kapitän Und er fährt mich dann zu Zum Hauptspielbereich Also auf die komplette Insel Wenn wir jetzt schon zwei Arenen haben Wo sind denn dann jetzt die anderen Arenen Wenn wir jetzt erst zum Hauptbereich kommen? Das war jetzt quasi Intro hier Der Komplett neue Bereich Du hast vorher ein Backup gemacht vom Safe Sehr gut Das war jetzt ein paar Mal Durchaus Dieser Trainer hat das gewisse Etwas Ja Unsere Nachwuchshoffnung sollte in Kürze hier eintreffen Wie aufs Stichwort Willkommen in Pokéwood Mr. Woody Ich bin stolz für Mr. Woody zu arbeiten Im Pokéwood Filmschmiede Ach Hollywood Oh mein Gott Wo soll man das auch wissen? Ich dachte das ist einfach ein Ort Oder ein Ding Irgendwas Pokéwood Ich dachte wir reden hier von Jungblut Das hier ist unser Filmschmiede Im Palast Oh das ist das wo man Filme drehen kann Ach das habe ich gesehen Wo Leute Wo man Medaillen verdienen kann Mit Filmen und sowas Oh mein Gott Bitte lass mich keinen Film jetzt machen Oh nein Lass mich Hier haben wir den Schalter Ist das der Kapitän? Das ist der Kapitän An der du willst Filme machen Ich habe deine Tochter Mit diesem Jungen Trainer kämpfen sehen Und sofort sein Potenzial erkannt Deswegen wollte ich auch unbedingt Dass dieses Talent nach Pokéwood kommt Du mochtest es? Okay Gute Idee Was wird für dich sehr lehrreich sein? Ausgezeichnet Auf geht's Okay Okay Das ist todeslangweilig Ich muss jetzt Eine Sache muss ich jetzt wahrscheinlich machen Ich muss irgendwie den Kapitän dazu bringen Jetzt wieder Normal Kapitän zu sein Super Sandro Gegen einen Helden im besten Alter Ein idealer Vergnügungspark Ist ein Vergnügungspark voller Gelächter Doch ein Hallo Aber wo Schatten ist Da ist auch Licht Und jener Held Tritt in Erscheinung Man nennt diesen Held Riolu Man Eine Herausforderung von Super Schurke S Sandro Gladiantri wird von Super Schurke S Sandro In den Kampf Was? Das heißt man kämpft Auf spektakuläre Art und Weise Wahrscheinlich Ich bin es Riolu Man Hier ist die Musik gut Das heißt es gibt bestimmte Kombis an Attacken Wahrscheinlich die besonders Oh Wow sind Und dann sagt das Publikum Wow Und dann ist der Film gut Hi was ist das? Pokémon Schwarz Weiß 2 Aber noch ist nicht Allertage Abend Miautz genau Ich hoffe du bist bereit Riolu Man Wer ist jetzt Riolu Man? Der mit dem Roten hier? Wahrscheinlich Weil er hat ein Riolu Riolu Man Luftschnitt Das ist gut gegen Riolu Ai 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 Wird Riolu Man es schaffen? Was? Oh mein Gott Riolu Man hat verloren Das Kino ist wieder leer Heißt es der Film ist kacke Der Film hat jetzt aber nicht gut oder? Weil der Saal ist leer jetzt Oder wenige Leute sind da Es Sandro Sandro Cool Das Böse gewinnt Mikas Papa Danke dass du dir den Film angesehen hast Und wie hat es dir gefallen? Was ist los? Mein langer sehntes Filmdebüt Mein Traum hat sich erfüllt Für jeden Menschen gibt es Dinge Die ihm liegen Und Dinge die ihm nicht liegen Das ist mir klar Aber als ich meine Tochter gesehen habe Die versucht Ihre Verantwortung als Erinnerleiterin Und ihrem Traum von einer Musikkarriere Unter einen Hut zu bringen Wollte auch ich versuchen Endlich meinen langjährigen Traum zu erfüllen Ja und du hast es nicht geschafft Sie hätten es auch so machen können Dass ich einen Film hätte machen sollen Und dann Hätte El Capitano realisieren können Dass Ich schon jetzt besser bin Als Capitano Und dann sagt Capitano Oh nein Ich werde es niemals schaffen Ich werde wieder Kapitän Dann wäre es mehr gewesen Als aber nur A drücken Wie da sollen wir jetzt auch noch rein? Oh mein Gott Ich werde alle Beste sein Filmpartner Oh er Ich kenne dich Also mein Charakter kenne dich aber nicht Aber ich kenne dich Gott Los Leo ich zähle auf dich Tschüss Fuck Fuck Nein Ich muss es tun Ah okay Deine Mitarbeiter Hier Okay Dann hier Dich Okay Okay Ich Film drehen Eigene Pokémon Sogar mit Green Screen und alles Oha Keine Ahnung Was ich tun soll Was ist das Skript? Ich mache einfach irgendwas Szene 1 Das Drehbuch zu lesen ist von höchster Wichtigkeit Drehbuch Besiege deinen Gegner bei jeder Szene Ich finde den Schwachpunkt des Typs Flugs Achso Unlicht Hier Hm Was ist wohl Gegen Unlicht gut? Hm Vielleicht Kraftwelle? Haha Okay Ich glaube ich habe es verstanden Ich muss einfach nur tun was mir gesagt wird Was Wie praktisch Dass mein Riolu Eishieb kann Mit Level 13 Hallo Mauliger Maul Du hast 500 Manafi Eier erreicht Andi Du hältst besser durch als ich Gar keinen Bock weiterzumachen Was hat er gesagt? Das ist möglicherweise der beste Film Euer Anspruch ist nicht sehr hoch Und dann bringen sie es einfach ins Kino Wie geil Ach Wenn es so einfach wäre Füllen Pokémons Die ich aus einer Box Aus einem Spiel In Pokémon Bank übertrage Automatisch die Lücken Wenn alles passt Nein Das musst du machen Will ich den Film sehen? Also ich will nicht Muss ich ihn sehen? Ich gehe einfach Trotz Löffel Ich weiß nicht Ob ich deine Frage richtig verstehe Formulier sie mal anders Also bringt es auch nichts Sie in dem Spiel schon richtig zu sortieren Also doch Wenn du sie in Wenn du sie in Bank richtig sortiert hast Im Spiel Ja doch Es bringt schon was Weil dir wird Die Box ja angezeigt Du kannst die ganze Box dann markieren Und übertragen Also doch Wenn du sie im Spiel sortierst Kannst du sie einfach so rüber tun Doch klar So geht es schon Ja Ich gehe einfach weiter Okay Hier ist nix Diese eine Palme Um anzudeuten Dass wir in Hollywood sind Ich glaube ich muss mir den Film anschauen gehen Oder? Mal schauen Neu Habe ich jetzt den Film von Dem Captain Quasi besser gemacht? Es ist schon cool gemacht Es ist eine coole Sache Aber Es ist jetzt auch nicht Das spannendste ever Aber ich finde es eine coole Idee Und wie man dann so Man muss einfach richtig kämpfen Und der Greenscreen sieht auch irgendwie cool aus So jetzt ist das Kino Es beginnt das Kino leer Und jetzt fühlt es sich wahrscheinlich mega krass Aber ich muss mir das jedes Mal komplett anschauen Und das muss man für Medaillen grinden Da gibt es bestimmt so Medaillen Von wegen 100 Filme aufnehmen oder so Oder 50 100 Irgendwie sowas Oh sie cheeren Sie gehen voll ab Sie applaudieren Ja nach dem ersten Mal ist es so ein bisschen Was ist das für ein Zeichen? Was haben die Zuschauer für ein Zeichen? Ist das gut? Ich meine man macht es einmal Und ich schätze mal Es wird nicht so viel Abwechslung geben Das wird wahrscheinlich immer schwieriger Okay das Kino ist jetzt nicht viel voller War das doch nicht Ist das doch nicht in Korrelation zu sein? Spannung Spannung Ist ja jetzt mein Name Reolokit Leo Rehbuch Leo Okay Übrigens sind von hier ein paar Requisiten In Pokémon Scarlet Ein Weil Wo man den Raum in der Akademie Für Punkte verändern kann Okay das ist cool Okay Darf ich jetzt weiter gehen? Ja Und war es ein Hit? Eine riesen Hit sogar Ich habe gerade eine Stunde In meiner Homebox sortiert Dann gab es einen Fehler Bei der Speicherung Jetzt darf ich alles neu sortieren Bist du sicher? Hast du schon wieder reingeguckt? Normalerweise wenn da ein Fehler ist Hat es dort trotzdem gespeichert Wo muss ich hin? Wo ist Kapitän hin? Hey sieh so Lasse Jetzt darfst du nochmal eine halbe Stunde sortieren Ich liebe sortieren in Pokémon Home Du nicht Aber ja du solltest Zwischenrunden speichern Ist gemein Alles wie vorher Verdammt Ich weiß nicht wohin Gehen wir jetzt einfach zurück Ach stimmt weil Das Wasser ist ja unten gewesen Ich dachte wir gehen jetzt hier irgendwo zum Wasser Aber das Wasser mit dem Schiff ist ja hier unten Ich mache nur noch Pokéwood Streams genug Team Plasma Wir sind Team Plasma Vor zwei Jahren wurden wir zerstört Von Leo Und jetzt haben wir hier wieder ein Leo Oh Die Vergangenheit wiederholt sich Oh mein Gott Oh mein Gott Achso Kannst du ja eine neue Run Kategorie einführen mit Pokéwood Pokéwood Any% Oder Wood% Pokémon Schwarz Weiß 2 Wood% Stoß den Arm Ja die Musik von Von Pokéwood fand ich grad cooler Bum 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 bum. Will醫sheini die Oxus fangen? Gar nicht? Ich hab keins gefangen. Da lief nichts. Du hast einen Nagelotz gehabt. Leute, ein bisschen mehr Gewalt anwenden. Ihr hättet die nicht durchlassen müssen. Ich dachte, ich kann jetzt... Wenn ich verloren hätte, hätten sie mir meine geliebte Pokémon weggenommen. Ich danke euch. Hier nehmt das. Oh. Muss ich ihr folgen? Oh ja. Wir sollen verfolgen. Kannst du mich nicht einfach jetzt in die nächste Stadt bringen? Okay. Als ich die Kategorie benannt habe, meinte deine Mordeinstellung, nee, das posten wir nicht. Wood%? Ich meine, es ist auch sehr anrühchig. Ich hätte mich heilen sollen. Wo sind die Plasmas? Wahrscheinlich irgendwo hinter einem Zerschneider versteckt. Aber hier war, glaube ich, nirgends wo ein Zerschneider. Was, was, Matisse, Matisse. Sieh, ich bitte auf Route 20 um. Und die ist hier? Nee. Wood steht auch für was anderes? Für was Happens? Nur wegen dem Prozent konntest du es aber nicht schreiben. Das ist interessant. Das ist Route 20. Aber hier ist nirgendwo. Ach da. Hallo. Hä? Wood heißt doch Holz. Pascal. Pascal. Pascal, dankeschön für 59 Monate. Oh Mann, Gott. Mann und vorhin, ey Mike, bist du noch da, Mike? Vorhin hast du... Warum passiert das immer so leicht? Ich weiß ganz genau, was vorhin war. Ich weiß, Mike hat 3,50 Euro gespendet. Hat sich bedankt. Ich war gerade bei einem Thema. Ich habe das Thema weitergeredet. Da habe ich mir dabei gedacht, gleich werde ich Mike danken. Für seine geile Spende. Und ich mache Amtschluss. Passt. Und dann rede ich ewig über ein Thema und dann habe ich Mike vergessen. Mike. 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 Mike, danke schon für 3,50 Euro. Ich kriege es ja mit. Aber ich vergesse es immer. Weil ich doch gerade... Ich kann ja nicht einfach meinen Satz unterbrechen. Aber Pascal, danke schon für 59 Monate. Okay, das war es schon. Hast du eigentlich in den neueren Spielen alles nach den Origin-Lex-Regeln abgehakt? Oder musst du das dann noch nachholen? Ich mache den Origin-Decks erst seitdem... Äh... Seitdem Gen 9 lang schon draußen ist. Du musst es überall noch machen. Daiske, du bist dein Punita. Aber ich habe Gen 9 inzwischen nachgeholt. Also Gen 9 habe ich... Inzwischen, glaube ich, 5 Mal gespielt. Und halt einmal mit... Allen Pokébellen und so. Pascal, danke schön. Vielen, vielen Dank. Und that, Daniel. Danke schön für deinen allerersten Prime hier. Danke schön. Mike. Mike. Einfach komplett ignoriert. Warum gibst du mir auch Geld, während ich rede? Es kommt so selten vor, dass ich hier rede. Also wann Gen 9 Video? Gar nicht. Gen 7 wird das letzte sein. Wenn überhaupt Gen 7. Gen 7 ist schon todelang. Äh, Gen 6 wird das letzte Video sein. Äh... Darunter einfach? Äh... Darunter einfach? Mikas Papa, hat keinen eigenen Namen. Fahr mich! Mit Gen 7 hättest du die DS-Ära noch abgedeckt. Ja, aber was soll ich denn Gen 7 erzählen? Sag mir eine interessante Sache, die es in Gen 7 gibt. Also vielleicht, ich habe die Spiele nie wirklich gespielt. Es kann sein, dass es da coole Sachen gibt. Wuffels? Stimmt, wir haben ja Wuffels. Ja, aber das war's. Wuffels? Sonst noch was? Nee, wahrscheinlich werde ich irgendwas dazu machen. Aber es wird wahrscheinlich einfach nur kurz durchgehen, was es alles da gab und was passiert ist. Aber hier gibt es ja schon kaum interessante Sachen in Gen 5. Also wir haben jetzt, also beziehungsweise ich erfinde halt Sachen, damit es interessant wird. Aber bei 6 und 7 muss man dann gucken. Vielleicht finden wir da auch Sachen, die wir hinzufügen können, die interessant sind. Inselwanderung in Gen 7 ist interessant. Weiß ich nie, was es ist. Aber ich werde es dann sehen. Fahrrad? Ich habe ein Fahrrad. Hallo Amalia. Wo ist es jetzt wieder? Geonet. Ich dachte, das ist vielleicht die, die das Box-System hat. In Gen 7 gibt es das Non-Shiny-Shiny-Pikachu. Ja, das ist halt die Shiny-Jagd. Aber das ist... ...die eine Sache. Ist ja eine Shiny-Jagd und nicht Origin-Dex. So, wir haben es immer... Also wir haben es bis hierher geschafft. Ohne ein einziges Pokémon zu fangen. Macht auch in Videos beiden. Wenn, dann mache ich in Videos allen 3, 7, 8 und 9. 6 ist noch interessant wegen Vivillon. Gibt es Dönerläden in Irland? Äh, ja. Döner gibt es auf der ganzen Welt überall. Aber ich habe hier noch nie einen guten Döner gegessen. Wenn die Döner hier machen, dann ist es definitiv nicht nach den Regeln eines Döners. Die benutzen zum Beispiel Cocktail-Soße und so Zeug. Es schmeckt eher wie ein Burrito als ein Döner. Was ist mit Metheno in Gen 7? Ja, was ist damit? Das ist ein Pokémon. Fängt man halt. Soweit ich weiß. Vielleicht ist irgendwas Interessantes an Metheno. Aber meines Erachtens ist es einfach nur ein Pokémon, was man fängt. Benutzen wir hier auch. Nicht so eine Cocktail-Soße. Hat das nicht verschiedene Formen? Ja, und? Daran ist nichts interessant. Wenn die Story ist und dann bin ich es fangen gegangen, dann ist es langweilig. Weil es ist in einem Satz gesagt. Und dann bin ich Metheno fangen gegangen. Und dann bin ich Quaffer fangen gegangen. Und dann bin ich Ding fangen gegangen. Das ist keine Geschichte. Das ist langweilig. Darüber brauche ich nichts erzählen. Und dann bin ich Metheno fangen gegangen. Sieben Mal. Wie findest du die irische Küche? Nicht existent. Es gibt keine irische Küche. Genau wie es keine britische Küche gibt. Selbst wenn es 1% Catch-Rate-Pokémon sind, ist es nicht interessant. Dann bin ich sie fangen gegangen. Und sie sind nicht gekommen. Und dann nach einer Zeit sind sie gekommen. Und ich habe sie gefangen. Aber so habe ich ein Garados Level 1 gefangen. Oder so habe ich Tiergeister bekommen. Oder so habe ich Zorowark bekommen. Ohne eine Verteilung zu haben. Und so weiter. Das sind Geschichten, die man erzählen kann. Aber ich bin den ganzen Pokédex abgegangen. Habe jedes Pokémon gefangen. Das ist keine Geschichte. Das ist fertig. Das ist ein Satz. Ich mache nur ein Video darüber, wenn es interessant ist. Ich will nichts machen, wo ich einfach nur aufzähle, was ich gefangen habe. Weil, falls ihr, wenn ihr die Videos gesehen habt, wisst ihr, es gibt immer einen Teil, wo ich sage, und dann habe ich alle Pokémon gefangen. Und das ist, äh, ja, Einsatz. Okay, ich gehe auf 100 Pokébälle. Und dann kaufe ich andere Sachen. Fluchtzeile und Schutzbräuch. Egal. Aber ist das nicht dieselbe Geschichte wie beim Großteil von Gen 5? Richtig. Und deswegen spielen wir Schwarz-Weiß 2, wo es Shinies gibt, wo es versteckte Fähigkeiten gibt, wo es Garadus Level 1 gibt. Äh, und wo es die Tiergeister gibt. Und dann speichern wir noch einmal. Okay. Das war's. Das war's. Wir haben heute tatsächlich viel geschafft. Denn ich habe zweimal Schwarz-Weiß 2 angefangen. Eine Stunde vertrödelt im Traumradar. Wobei nicht vertrödelt. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall Traumradar machen. Und auf 4.900? Das ist viel zu viel. Auf 4.900 Punkte gehen. Und dann können wir morgen Demeteros übertragen. Und vielleicht habe ich auch noch einen Symbolara gefunden. Vergiss nicht, Coins zu sammeln. Reichen die vielleicht noch? Ich habe 50 Coins. Vielleicht reichen die sogar. Aber die reichen nicht. Ach, stimmt. Dann schaffe ich es heute gar nicht. Ich würde es feiern, wenn du Shiny Dialga Palliativmedizin. Guckt ihr eigentlich eure Nachrichten an, bevor ihr auf Enter drückt? Einmal kurz Satz schreiben und dann kurz durchlesen, was da eigentlich steht. Nur ganz, nur kurz überfliegen. Ob da irgendwie ein Wort drin ist, was Palliativmedizin ist. Und somit... Palliativ... Palkia? Ich würde es feiern, wenn du Shiny Dialga und Palkia? Was? Die Sprünge sind schon seltsam bei den Genies. Eigentlich nicht. Es ist 500, 1500 und 3000. Aber wenn wir vor allem eben schmerzhaft rausfinden müssen, es resetet immer danach. Das heißt, ich brauche 500, 2000 und dann 4900. Ne, das erste ist 400. 400, 1900, 4900. Palliativ ist mehr oder weniger das Ende des Lebens. Oh mein Gott. Okay, wir machen morgen hier weiter. Irgendwie schaffe ich es noch auf 300 Resets bei Manafi zu kommen in diesem Monat. Aber ich habe viel mehr Bock, Gen 5 zu spielen. Aber irgendwie... Vielleicht irgendwo, irgendwann, irgendwann die Zukunft dann dies, das... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Wobei, morgen ist Dienstag. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Ich hasse euch alle und... Habt einen schönen Abend. Werde ich auch? Nice. Same. Hohensohn. So habe ich das. So muss... So ist die Beziehung zwischen uns. Sehr gut. Tschüss. Bye. Was Palliativmedizin ist, will ich immer noch wissen. Tschüss.